Herzlich Willkommen! Da sind wir wieder! Eine neue Ausgabe und Folge von Vitapolis mit der großen Frage Wie wollen wir leben? Ich freue mich auf das heutige Gespräch, denn auch heute haben wir wieder drei ExpertInnen hier und es geht um große Fragen. Ihr habt Fragen stellen können, das ist das Tolle an diesem Wissenschaftsjahr. Es heißt nachgefragt und es erreichen uns viele, viele Fragen rund um das Thema Städteplanung. Wir haben zu ganz vielen unterschiedlichen Themenbereichen schon gesprochen und heute geht es um Wirtschaftsräume, denn die stehen in Städten vor großen Herausforderungen. Immer mehr Homeoffice, immer mehr Onlinehandel und immer mehr Digitalisierung oder eben auch nicht Digitalisierung, aber das Ziel ist es ja auf jeden Fall. Was passiert eigentlich mit Leerständen in Städten und werden die immer mehr werden? Was ist mit Virtual Reality und 3D-Druckern? Wird das irgendwann eine vollautomatisierte Industrie geben? Brauchen wir noch Büro- oder Lagerräume oder noch viel mehr davon? Und wie werden eigentlich Pakete geliefert, wenn die Innenstädte endlich autofrei sind oder sollen sie das gar nicht werden? Ach, Fragen über Fragen. Und ich freue mich darauf, dass wir uns mit diesen ganzen Themen heute mit drei spannenden Menschen und ExpertInnen zu diesem Thema unterhalten können. Und bevor wir gleich zum Städte-Simulator kommen, freue ich mich euch drei, die wir jetzt hier schon mal sehen, einmal vorstellen zu dürfen. Ich freue mich auf Dr. Judith Wiemann. Schön, dass du heute da bist. Du bist Wirtschaftsgeografen, arbeitest an der Fakultät für Geowissenschaften an der Ruhr-Universität in Bochum. Ich glaube, da sitzt du auch gerade. Herzliche Grüße also nach Bochum. Du bist da Teil der Arbeitsgruppe der Stadt- und Regionalökonomie und hast die Forschungsinteressen momentan insbesondere zur regionalen Transition, zur Nachhaltigkeit, zu Startups und Ökosystemen und Systeminnovation. Ich bin sehr gespannt und freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Dankeschön. Ich freue mich auch hier zu sein. Ich freue mich weiter auf Prof. Dr. Felix Rösel. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du bist Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Stadt- und Regionalökonomik an der TU in Braunschweig. Sitzt also gerade in Braunschweig auch tatsächlich. Da sitzt ja auch das Haus der Wissenschaft und vielleicht einige von euch im Chat. Zu euch kommen wir gleich nochmal. Schön, dass auch ihr da seid. Deine Forschungsschwerpunkte sind Fragen an der Schnittstelle von räumlicher Entwicklung, öffentlichen Finanzen und sozialem Zusammenhalt. Du analysierst vornehmlich historische Daten und ich bin ganz gespannt, auf welche Zusammenhänge wir da heute gemeinsam schauen können. Herzlich willkommen, Felix. Vielen Dank. Guten Abend. Und dann haben wir Dr. Johannes Bersch. Schön, dass du auch da bist. Du sitzt gerade in Mannheim. Herzliche Grüße gehen raus nach Mannheim. Du bist seit Dezember 2012 wissenschaftlicher Mitarbeiter im CEW. Also ich habe gelernt, dass man drei Buchstaben, die zusammenhängen können und gelesen werden können, zusammenhängend lesen müsste. Oder sagt ihr CEW? Wir sagen ZDW, aber das wäre mal was ganz Neues. Manche sagen Zoo. Zoo. Sehr gut. Also du arbeitest in Zoo im Forschungsbereich Innovationsökonomik und Unternehmensdynamik. Du studiertest Volkswirtschaftslehre an den Universitäten Heidelberg und Mannheim und auch in Essex in der UK. Und deine Schwerpunkte sind Industrie, Ökonomik, Ökometrie und Finance. Deine Dissertation, da ging es um die Beziehung, das fand ich sehr spannend, von Hausbankbeziehungen für Unternehmen. Aber momentan bist du tatsächlich eher im Bereich der Unternehmensgründung und Finanzierung am Forschen und auch unter der Fragestellung, welche Potenziale und Hemmnisse gibt es eigentlich für Gründungen im ländlichen Raum? Also auch um diese Stadt-Land-Geschichte wird es heute vielleicht gehen bei all dem, was wir miteinander besprechen. Also herzlich willkommen euch dreien und erst nochmal dir, Johannes. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Hallo. Guten Abend. Und natürlich haben wir, und das wisst ihr da draußen ganz besonders gut, unseren Städte-Simulator wieder dabei und Lilly, die das ganze Spiel für uns spielen wird. Erstmal hallo Lilly, schön, dass du auch wieder da bist und mit uns eine kleine Runde Vitapolis ergründest. Hören wir dich schon? Ja, da bist du. Hallo, wunderbar. Und ich sehe auch gerade, es radet wieder eine Gruppe mit 255 Leuten. Schön, dass ihr alle zugeschaltet seid und alle anderen auch. Ich hoffe, technisch läuft das bei euch im Chat. Herzlich willkommen euch da draußen. Für euch gilt natürlich, schreibt uns gerne Fragen. Wir versuchen das alles irgendwie miteinander in Bezug zu setzen, hier heute Abend mit den Expertinnen und dem, was ihr zu sagen habt. Ich freue mich, dass wir diesen Abend wieder nutzen können, um im Gespräch zu bleiben. Denn das hat, glaube ich, jeder Abend bisher mit diesem Städte-Simulator und in diesem Format gezeigt, wie wichtig es ist, gemeinsam zu denken, gemeinsam zu überlegen und ja, verbunden zu bleiben, damit die Welt vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein klein bisschen besser werden kann, zumindest schon mal im Kopf. Also herzlich willkommen euch allen. Da seid ihr. Lilly, wo sind wir heute Abend? Was ist heute los? Die letzten beiden Male waren ja wahnsinnig destruktiv. Wir sind viel gestorben. Wir waren viel in Pandemien. Was ist heute so los? Oh. Genau. Also ich übersetze das mal gerade. Ihr hört Lilly nicht, höre ich gerade. Das ist tatsächlich bedauerlich. Aber wir hatten ja jetzt schon so viele technische Spannenheiten. Das kriegen wir hin. Ja, MingoStar82 hat eine Frage zur Weltformel. Immer her damit. Ich kann alles beantworten. 42 ist die Lösung. Das ist ja uns allen klar. Aber wenn du es differenzierter möchtest, dann hau raus. Ich freue mich auf alles, was ihr noch so fragt. Wie wir das jetzt gelöst kriegen, dass wir Lilly hören, weiß ich nicht so genau. Aber ich kann ja übersetzen, Lilly, weil ich kann dich hören. Also ich grüße mal alle von dir und erzähl doch mal, was in dem Spiel gerade so los ist. Haben wir schon geklärt. Sie können mich hören. Meistens kriege ich es ja doch hin, dass wir Dinge sehr, sehr schnell lösen. Also jetzt schon. Jetzt schon meine Hochachtung zu dir, Lilly. Wahnsinn. Ich bin so froh, dass du das alles regelst. Genau. Also wir haben ja sehr, sehr simpel, kann man ja unterscheiden zwischen Wohngebieten. Das sieht man hier farblich immer so abgeteilt. Die Wohngebiete sind immer grün. Ich habe mir ja mal sagen, dass in der einzigen Vorlesung, zu der ich in der Volkswirtschaftslehre mal war, dass sowieso alles zusammenhängt in der Wirtschaft. Also auch die Wohngebiete gehören dazu. Dann die Gewerbegebiete. Wir haben mittlerweile auch ein bisschen Bürogebäude. Hier unten glaube ich nicht, sondern hier oben. Und unsere Industriezweige. Und da gibt es in dem Spiel einfach so klassische Industrie. Das sieht man hier. Das sind einfach so Fabriken, die nicht irgendwie benannt sind. Wir haben aber auch, und das ist das Wunderbare an unserer Stadt, eine sehr, sehr gut laufende Landwirtschaft. Unser Umbar-Wäldchen. Das heißt so, weil unsere Zuschauer das mal so entschieden haben. Also das ist sehr schön, dass unsere Zuschauer entscheiden, wie unsere Wirtschaftszweige hier auch heißen. Also das ist unsere Landwirtschaft. Die läuft sehr gut. Die ist auf Stufe 4. Die kann also auch deutlich noch erweitert werden. Und wir haben mittlerweile auch, wir bauen hier Erz ab und das heißt Moria nach dem Herr der Ringe, nach dem Herr der Ringe Meme. Also auch finde ich persönlich sehr, sehr nett. Genau das sind so unsere Industriezweige. Wir haben sonst ja noch im Spiel die Möglichkeit, wir wirtschaften sehr, sehr schlecht. Das liegt hauptsächlich an mir. Das muss man auch mal einfach so ehrlich sagen. Wenn es so leicht wäre, das in der Welt auch so zu sagen. Ja, tut mir leid. Wirtschaftliches Problem liegt an Lilly. Was will man machen? Genau. Ich habe einfach beschlossen, dass wir sehr viel Geld ausgeben für bestimmte Sachen. Nämlich zum Beispiel für die Gesundheitsversorgung. Das ist glaube ich unsere größte Ausgabe. Da haben wir sehr, sehr hohe Ausgaben. Aber das ist ja durchaus nach den letzten beiden Versionen des Spiels angemessen, sich darum zu kümmern. Genau. Wir haben natürlich auch, weil wir ja letztes Mal sehr viele Katastrophen hatten. Das müsste ich gleich noch mal gucken, ob wir die noch anhaben. Das wäre vielleicht nicht so gut. Sehr viele Ausgaben im Katastrophenschutz. Wir haben sehr viele Ausgaben für Bildung, sehr viele Ausgaben für Polizei und auch sehr viele Ausgaben für Müll. Das sind so unsere größten Ausgaben und wir haben in dem Zug deutlich weniger Einnahmen. Das kann man natürlich alles ändern. Das kann man dann immer selber entscheiden, wie man das gerne möchte. Ich habe einfach entschieden, dass wir mehr Ausgaben haben, als wir Einnahmen haben. Das geht natürlich... sollte man so vielleicht nicht unbedingt machen, aber hier im Spiel... Passiert aber, glaube ich, vielerorts. Also es ist durchaus ein reales Setting an dieser Stelle. Genau. Und ansonsten haben wir hier noch die Möglichkeiten, über Richtlinien etwas zu steuern. Jede Richtlinie hat immer seine Auswirkungen. Wir haben den Stromverbrauch zum Beispiel. Dazu kosten uns die Gebäude dann halt mehr. Genauso wie der Wasserverbrauch. Weil wir ja eine sehr, sehr kleine Wasserquelle nur haben, wollen wir natürlich, dass sehr wenig Wasser verbraucht wird. Wir haben mal Rauchmelder verteilt. Dadurch werden die Gebäude auch teurer. Aber wir wollen natürlich nicht, dass es ständig brennt. Genauso wie Recycling. Verringert die Steuereinnahmen etwas. Sorgt aber dafür, dass wir weniger Müll haben. Sowas kann man alles machen. Es gibt natürlich auch den kontrollierten Drogenkonsum, der das Polizeibudget deutlich anhebt. Deswegen haben wir das nicht gemacht, weil wir schon sehr hohe Ausgaben haben. Aber laut dem Spiel, und das möchte ich nicht sagen, wie sehr sich das auf die Realität überträgt, dann verringert das die Kriminalrate. Wir haben aber auch die Möglichkeit, Steuern für Gebiete festzulegen. Also wollen wir höhere Steuern, wollen wir niedrigere Steuern. Also wir haben ja gesehen, wir sind nicht unbedingt gut im Wirtschaften. Also man könnte die Steuern anheben, wenn man das denn möchte. Oder was es hier auch noch gibt, bestimmte wirtschaftliche Sachen zu machen. Da gibt es Hightech-Häuser, die sich ein bisschen selber versorgen. Es gibt die Möglichkeit, Elektroautos zu fördern. Es gibt, das macht die Autos teurer, also zumindest im Spiel. Es gibt da Gewerkschaften, die man aufbauen kann. Also das Spiel hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, alles Mögliche zu steuern. Und wir, also natürlich die Expertinnen und auch die Leute im Chat können immer ein bisschen entscheiden, was sie hier machen. Ich setze das einfach alles um. Ob das nachher funktioniert, davon habe ich sehr, sehr wenig Ahnung. Sehr schön. Also vielen Dank erstmal für diesen Einstieg. Sag uns doch nochmal, weil Qwerzi29 fragt, wie groß ist die Stadt eigentlich, in der wir heute spielen? Weißt du etwas über Einwohnerzahlen und so? Ja, wir haben aktuell 30.000 Einwohner. Das ist auf so zwei Gebiete aufgeteilt. Wir haben hier unten, da haben wir angefangen. Und hier oben haben wir irgendwann weitergebaut. Da haben wir auch noch, wie man sieht, hier sehr viel Platz. Wir könnten natürlich auch noch ein Stück Land dazu kaufen, denn es gibt ja noch weitere Wirtschaftszweige, die wir nutzen können. Das sieht man hier so schön an diesen Farben. Es gibt einmal die Landwirtschaft, die ist so ein bisschen gelblich. Dann gibt es das Erz, das ist so gräulich. Und wir können auch sehr viel Öl abbauen, wenn wir dieses Gebiet hier kaufen. Fischerei ist bei uns leider nicht möglich, weil wir einfach kein Wasser haben. Wir können nicht eine Fischindustrie aufbauen, weil unser Fluss sehr, sehr klein ist. Aber ansonsten hätten wir sogar noch die Möglichkeit, auch sehr, sehr viel Öl, wie man hier sieht, abzubauen. Spannender Standort. Das ist, glaube ich, auch sehr unrealistisch. Aber das lasse ich jetzt mal. Sehr schön. Ja, vielleicht ist das jetzt schon eine super Grundlage, um einmal die Experten mit reinzunehmen. Ihr habt ja jetzt gesehen, was alles möglich ist. Habt ihr weitere Fragen, solange Lilly noch bei uns ist? Oder möchtet ihr jetzt schon gleich ein paar Vorschläge machen, was ihr vielleicht am besten investieren sollte? Ich öffne mal. Ja, ich würde gerne mal wissen, betreibt die Stadt Handel oder ist man hier autark und auf sich allein gestellt? Wir haben mittlerweile einen kleinen Bahnhof, den man hier sieht. Das ist ein Personennahverkehr quasi. Ich weiß auch nicht, wie weit der geht. Zeigt man das Spiel nicht an. Aber wir können tatsächlich auch Export und Import betreiben über zumindest diesen sehr, sehr kleinen Bahnhof. Aber noch keinen Flug. Und ich glaube, Lkw funktioniert auch. Aber wir wissen halt immer nicht, wo das Ganze hingeht. Das wäre jetzt so mein Top-Vorschlag. Erstmal, um ein bisschen Wohlstand in die Stadt zu bringen. Handel ist... Die Verteilung von Handelsüberschüssen ist noch eine andere Frage. Erstmal, dass Handel eine Gesellschaft voranbringt, reicher macht. Ich glaube, das ist schon fast Konsens in der Volkswirtschaftslehre. Also das wäre so eine Idee, um vielleicht mal kurzfristig ein bisschen Geld zu verdienen. Super, vielen Dank. Guter Tipp. Also vielleicht kannst du irgendwas Handelndes bauen, was handelsfähig wird und macht. Habt ihr noch was, Johannes, Judith? Los geht's. Gibt es irgendein Staatskonzept? Also du hast so ein paar Stellschrauben einzeigt, wie man ordnungspolitisch sich betätigen kann in dem Spiel. Aber das war jetzt ja eher auf die Stadt bezogen. Gibt es auch noch weitere Richtlinien, die vielleicht von einer höheren Stelle kommen? Also das habe ich mich gefragt. Welche Ebenen gibt es da? In einem Spiel? Also ich glaube, es ist immer alles auf die... Also man kann das... Man kann eigene Gebiete ziehen, wo man sagt, ich lege ein Gebiet fest. Das haben wir... Mal gucken, ob ich das anzeigen kann. Doch, genau. Also ich habe hier verschiedene Stadtgebiete, wo man Regeln für festlegen kann. Man kann aber auch sagen, ich lege das für die gesamte... Alles, was wir hier an Gebiet gekauft haben, beim Fest. Das gilt dann quasi... Für alles ist aber so die höchste Ebene, die man angehen kann. Das ist eben für die gesamte... Für die gesamte Map, sag ich jetzt mal, gilt. Und dann hätte ich noch eine weitere Frage. Du hast vorhin gesagt, es würde wirtschaftlich nicht so gut laufen. Dann hast du diese Kennzahl da unten gezeigt. Was ist die denn genau? Genau das... Ist das so eine Art Bruttoinlandsprodukt oder ist das der Staatsüberschuss oder... Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das in diesem Spiel gerechnet wird. Also es ist immer, wie viel nehme ich ein und wie viel gebe ich aus. Und jedes Gebäude und alles, was wir so bauen, hat einen bestimmten Ausgabewert, den ich auch nicht verschoben habe. Aber umso mehr Schulen ich baue, umso mehr gibt die Bildung aus. Umso mehr Feuerwehr und Ähnliches ich baue, umso mehr steigen da die Kosten. Und wahrscheinlich habe ich nicht genug Einnahmen, was Industrie, Steuergelder oder Wohnen, also nicht genug Einwohner, die das Ganze dann tragen. Also spiegelt sich der wirtschaftliche Erfolg eher sozusagen durch die Steuereinnahmen, die die Unternehmen, die sich in der Stadt ansiedeln, generieren? Genau, so würde ich das in dem Spiel... Ich glaube, es ist sehr vereinfacht, aber es ist im Prinzip tatsächlich so, dass alles, was die Leute erwirtschaften oder was die Industrie, die bringt hier sehr, sehr wenig. Das sieht man auch. Also unsere Haupteinnahmen sind die Steuerzahler, dann kommen die Gewerbegebiete und dann erst in die Industrie. Und die Industrie halt auch nicht besonders gut. Das kann man ändern, indem man die Industriebezweige ausbaut, was wir noch nicht getan haben. Dazu müssten natürlich die Unternehmen dort Steuern zahlen, wo sie angesiedelt sind. Das ist ja auch nochmal spannend, aber ja. Das müssen sie hier. Also das ist das Spannende. Sie können nicht Geld ins Ausland schaffen. Also das ist hier nicht möglich. Sehr schön. Ich lese gerade im Chat von WH Papenburg. Hallo wieder. Schön, dass du wieder da bist. 30.000 EinwohnerInnen entspricht einem Mittelzentrum, Mittelstadt oder? Ja, ich würde schon sagen. Ich habe gerade versucht, parallel zu ergoogeln, was so eine klassische 30.000 EinwohnerInnen-Stadt ist. Ich kriege es parallel nicht hin, aber lasst es uns gerne wissen und schreibt es doch in den Chat, wenn ihr das vielleicht rausbekommen habt. Ja, vielen Dank. Genau, und dann wird noch darauf hingewiesen, Seenock1505 sagt, Hauptsache, ihr baut ein gut durchdachtes Straßennetz. In real life sind, glaube ich, viele Städte speziell in der Rush Hour vollkommen falsch geplant. Dazu lohnt es sich natürlich auch nochmal die Folge nachzuholen, wo wir hier über Mobilität gesprochen haben und überhaupt um die ganze Frage, wie kann man Städte irgendwie so mobil machen, dass wir vielleicht auch autofreier werden oder zumindest da auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten viel diskutiert haben. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Lilly, willst du erstmal loslegen mit dem Spiel oder gibt es von euch ExpertInnen noch etwas, was ihr unbedingt zum Spiel wissen wollt oder womit wir Lilly jetzt auf die Reise schicken, um später nochmal nach ihr zu fragen? Ich habe noch eine Frage und zwar inwiefern ist denn Bildungsniveau mit Wirtschaft verknüpft? Gibt es da irgendwie im Spiel eine Verknüpfung zwischen den Zweien oder ist das losgelöst? Nee, tatsächlich hat man, wenn man das Spiel spielt, oft eine Meldung über die Industrie, die sagt, dass sie nicht genug Arbeitskräfte hat, weil das Bildungsniveau zum Beispiel zu hoch ist. Also das gibt es... Zu hoch? Teilweise ja, also die wollen dann... Okay. Also es gibt immer Unterschiede, manchmal haben sie nicht genug gebildete Arbeitskräfte und manchmal nicht. Es gibt ja auch sehr einfache Tätigkeiten, wo man vielleicht nicht unbedingt... Das ist im Spiel natürlich sehr vereinfacht dargestellt, wo man vielleicht jemanden haben möchte, der nicht Abitur hat. Und da findet man häufig dann nicht genug Arbeitskräfte. Es liegt in der Regel dann daran, dass wir nicht genug Einwohner haben. Aber ansonsten ist das so ein bisschen sehr, sehr vereinfacht geknüpft. Man sieht hier, wir haben 39% Hochgebildete, 21% Gutgebildete, 22% Gebildete und 18% Ungebildete Menschen. Und das schon ein bisschen damit verknüpft, wie viele Schulen man baut und wie der Zugang dazu ist. Das sieht man immer. Man sieht hier die Schulen und dann sieht man die grünen Straßen zeigen quasi an, ob die Leute dazu Zugang haben. Und wenn die Leute keinen Zugang haben, bleiben sie natürlich ungebildet. Okay. Spannend. Ja, ich glaube, Johannes, du meldest. Ist das eine Meldung, oder? Ja, genau. Ich hätte noch eine Frage. Du hast vorhin davon gesprochen, dass es Gewerbegebiete gibt und Industrie. Wie funktioniert denn die Ansiedlung? Also ist das deine Entscheidung, was sich wo ansiedelt oder weist man Gewerbegebiete aus und dann siedeln sich Unternehmen aus irgendwelchen marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten da an? Also gibt es da so einen Mechanismus oder ist das alles sozusagen, wie wir sagen würden, Social Planner mäßig kontrolliert von dir? Genau. Also da muss man sagen, ich habe die Macht. Also ich entscheide, wo ich etwas hinhaben will. In der Regel kann man wahllos tatsächlich bauen, wie man möchte. Es ist natürlich eher klüger zu sagen, ich baue ein Industriegebiet, daneben ein Gewerbegebiet und dann Wohngebiet, weil das im Spiel meist mit Lärm verbunden ist. Das sieht man hier. Also gerade die Industrie verursacht sehr viel Lärm gewerbemäßig und die Wohngebiete gar keinen Lärm, was natürlich auch nicht ganz realistisch ist. Auch Wohngebiete erzeugen Lärm und man natürlich mit der Umweltverschmutzung. Die Leute werden sehr schnell, das hatten wir in zwei Streams zuvor, wenn die Leute zu einem Industriegebiet wohnen, werden die krank, weil sie mit der Umweltverschmutzung nicht so gut umgehen können. Deswegen lohnt es sich meist zu sagen, das sieht man hier, erst das Industriegebiet, dann ein Gewerbegebiet als Puffer dazwischen und dann die Wohngebiete zu bauen. Man könnte aber auch die Wohngebiete direkt reinsetzen, finden die Leute meist in dem Spiel zumindest nicht so gut. Ja, da geht natürlich ein Aspekt verloren, der gerade in der Gründungsforschung besonders relevant ist. Du sprichst hier viel von negativen externen Effekten, also Lärm und Umweltverschmutzung. Es gibt ja auch positive externe Effekte, die durch Wissensspillover entstehen. Also wenn zum Beispiel Mitarbeiter in verschiedenen Unternehmen zusammentreffen und ihr Wissen austauschen oder in Universitäten sich in der Nähe von Industriezentren befinden. Also das würde mir jetzt persönlich ein bisschen fehlen. Ich finde das vielleicht ein bisschen zu stark auf die negativen Aspekte bedacht. Ich weiß nicht, ob man die Positiven tatsächlich im Spiel darstellt. Also es wird schon, also wenn ich jetzt ein Industriegebiet hier hinsetzen würde und die Wohngebiete ans andere Ende, dann wären die Leute unzufrieden, weil sie sehr lange Wege zum Job haben. Das ist glaube ich das Einzige, was das Spiel abbilden kann. Ich bin aber auch kein Experte für das Spiel. Vielleicht gibt es da noch viel weitere Sachen, die man anzeigen kann. Ja, aber da sieht man ja schon, wie komplex ist das doch erstmal, wie viele Beziehungen dann doch eine Rolle spielen in der Stadt. Das ist ja genau das eigentlich, was wir hier gründen wollen, ein Stück weit. Warum Städte da so eine Relevanz haben. Ja, ich finde auch, wir sind eigentlich mittendrin im Thema und der Städtebausimulator ist ja uns immer nur eine sozusagen anstoßgebende Gesprächsgrundlage für das, was wir jetzt miteinander besprechen. Vielleicht könnt ihr uns mal mitnehmen, genau in diese grundsätzlichen Fragen und auch durchaus mit einem positiven Blick, Johannes, das schadet ja auch nicht. Was genau ist denn, wir fangen mal ganz vorne an, wir wollen eine Stadt gründen, worauf sollten wir achten? Was sind denn so die Basics aus wirtschaftlicher Sicht? Wir bleiben mal bei diesem wirtschaftlichen Aspekt, der ja komplex genug ist, wenn wir eine neue Stadt, so eine Mittelstadt gründen wollen. Vielleicht aus euren jeweiligen Perspektiven ein bisschen etwas dazu und vermutlich sind wir dann mitten im Thema und können von da aus ein bisschen ausschweifen. Magst du anfangen, Johannes? Ich kann anfangen, aber ich habe ja jetzt schon recht viel, ich kann nur noch weitergeben, also ich würde sagen, so die absolute basic Voraussetzung für wirtschaftliche Aktivität ist Eigentum. Also das wird eigentlich recht klar so gesehen in der, ich sage jetzt mal in der neoklassischen Theorie, dass die Zuweisung von Eigentumsrechten erstmal sozusagen die Grundlage dafür ist, dass wirtschaftliches Handeln in der Form stattfindet, also dass man zum Beispiel auch ein Unternehmertum schafft. Das wäre auf jeden Fall so eine Grundlage, aber das ist ja hier sozusagen, könnte hier so gegeben sein. Und genau, darüber hinaus natürlich Menschen braucht man natürlich auch wichtig, die arbeiten können sozusagen, um wirtschaftliches Handeln zu ermöglichen. Das ist das erste Mal, natürlich muss sich jemand ansiedeln, um gemeinsame wirtschaftliche Interaktionen untereinander zu ermöglichen. Eigentum wäre dann ja schon eher so die Staats-, also dass man ein funktionierendes Staatswesen hat, dass es Ordnungspolitik gibt, dass es Steuereinnahmen, Ausgaben gibt. Und ja, sage ich jetzt einfach mal das. Okay, ich bin davon aus, wir bleiben mal in unserem Kosmos hier, wir wollen in Deutschland und überlegen da, was ist da jetzt wichtig, was macht Städte attraktiv, wie kriegen wir Menschen in die Städte? Aber ich gebe erstmal ab an Julian Felix. Julian, ich lasse dir gerne Vortritt. Okay, ja, ich finde es gar nicht so einfach, die Frage, weil man ja eigentlich nie in der Realität so ein bisschen einfach eine Stadt mal gründen kann von Null. Und ich muss sagen, da war gerade bei mir so ein, oh, ja, von Null, also irgendwie arbeite ich in meinem Kopf immer mit Städten, die schon existieren und versuche die dann irgendwie zu verbessern. Und wenn man jetzt so die Möglichkeit hat, von Null anzufangen, dann würde ich vor allem schauen, gibt es irgendwie, ja, sagen wir mal, geografische Gegebenheiten, die diese Stadt besonders attraktiv machen könnten am Ende. Also, dass das Klima besonders mild ist, also nicht zu heftig, warm, nicht zu kalt, dann würde ich schauen, also in so einem Universum, wo man sich ansiedeln kann, wo auch immer, dass da genug auf jeden Fall Wasserzugang geliefert ist, dass all diese grundlegenden Nahrungsmittel möglich sind, relativ schnell ranzuschaffen. Und dann natürlich als nächstes ganz klar das Argument von eben von dir, dass so eine staatliche, ja, sagen wir mal, Organisation schon mal gegeben ist in dem Gebiet. Oder dass man da auf jeden Fall Systeme hat, wie die staatliche Hand handeln kann und Infrastruktur bauen kann und so weiter. Und das sind ja alles Sachen, die jetzt in diesem Spiel schon erstmal gegeben sind. Man selbst ist ja so ein bisschen, ich weiß nicht, ob der Spieler oder die Spielerin dann Staat ist an sich, weil das ist ja noch ein bisschen mehr. Man kann ja auch, sagen wir mal, privatere Aktivitäten scheinbar selber beeinflussen. Also sowas wie, ja, Häuser bauen und so, das ist ja in der Regel nicht in staatlicher Hand in dem Sinne, dass man die selbst baut, sondern bauen, also die Möglichkeit eröffnet, sie zu bauen als Staat. Genau, das finde ich aber ganz spannend. Das wären erstmal so die grundlegenden Sachen. Und dann würde ich wirklich ganz, ganz viele kluge Menschen zusammenholen, ganz, ganz, ganz viele kluge Menschen versuchen zusammenzuholen und die darüber nachdenken lassen, wie man so eine Stadt so aufbauen kann, dass die wirklich komplett klimaneutral ist. Und am besten komplett zirkulär, sodass alles, was Müll ist, irgendwann wieder verwertet werden kann. Und ich glaube, das wäre dann wirklich am Ende eine Stadt, wie wir sie eigentlich nicht kennen heute. Sehr schön, das wäre dann schon gleich auch eine nächste Frage gewesen. Aber mach du erstmal eine Runde weiter, Felix. Ja, also natürlich gab es das in der Vergangenheit, dass man Städte auf dem Reißbrett entworfen hat und es geplant hat. Also ich denke da auch zum Beispiel an Ostdeutschland, Eisenhüttenstadt. Das war so eine Stadt, wirklich aus dem Nichts geschaffen. Es gibt auch andere Beispiele, vor allem im Ostblock. Im Regelfall war das nicht sonderlich erfolgreich. Und warum ist das so? Weil man eben diese vielen Zusammenhänge, die es irgendwie zwischen den einzelnen, zwischen Naturressourcen auf der einen Seite, Handelsstraße auf der anderen Seite, Klima und so weiter, das gar nicht alles richtig bedenken kann. Dann läuft es in einer bestimmten Ecke einfach mal gut. Man braucht viel Industriegebiet, aber man ist plötzlich in so einem Talkessel drin und kann sich gar nicht richtig erweitern. Also wenn man die Frage sich stellt, wo finden wir denn Städte irgendwie auf der Welt heute, dann ist die beste Erklärung, naja, da, wo es auch gestern schon Städte gab. Ja, es hat sich also irgendwie dynamisch entwickelt. Und man kann aber mal vom Satellitenbild drauf schauen, von den Nachtlichtdaten. Und ganz interessant ist, dass man vor allem entlang den Küsten, wenn man jetzt Deutschland mal verlässt, aber vor allem entlang der Küsten viele, viele Städte sieht in der Welt. Also Zugang zum Meer, Zugang zu Handelswegen, das war schon immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wo sich Städte gebildet haben. Da war das so ein Kristallisationskern. Das erste Dorf entsteht, die erste Familie kommt, die muss quasi selber irgendwie den Boden bestellen, die muss selber ein Schmied sein, die muss selber Landwirtschaft betreiben, alles zusammen. Und das ist natürlich sehr aufwendig und da kann man auch nicht sehr gut. Da kommt die zweite Familie dazu und die spezialisiert sich halt eher auf Landwirtschaft und die andere Familie auf Schmiedekunst zum Beispiel. Und dann entstehen Vorteile, weil jeder kann sich auf das spezialisieren, was er besonders gut kann. Und aus so einem Anfangspunkt entstehen dann Städte. Und ganz interessant ist aber wirklich die Rolle von Naturressourcen. Deswegen überrascht mich, dass das Erdöl hier noch nicht angepackt wurde. Also wir wissen, dass global so etwa grob die Hälfte aller Wohlstandsunterschiede auf der Welt von Naturressourcen erklärt werden. Das ist auch schon ein beträchtlicher Teil. Also da verstehen wir alles so darunter, wie Bodenqualität, wie Zugang zum Meer oder Malaria-Problematik. Wenn man all diese Dinge rausrechnen würde, würden sich die Wohlstandsunterschiede auf der Welt quasi halbieren. Also das spielt schon eine sehr gewichtige Rolle, wo ich eine Stadt ansiedle. Genau, also welche Naturressourcen, welche Naturausstattung ich in der Umgebung vorfinde. Ja, vielen, vielen Dank erstmal. Klar, das war jetzt schon so ein kleiner utopischer Ausflug gleich am Anfang. Wenn wir jetzt aber, und das sagt ihr ja zu Recht, es gibt natürlich auch schon viele Städte in Deutschland. Und ihr forscht auch da. Es gibt jetzt hier die Frage, gibt es überhaupt schon irgendwo eine nahezu perfekte Stadt? Wobei perfekt, jetzt mal auf den Chat bezogen, auch natürlich wirklich ein großes Wort ist. Aber wo würdet ihr sagen, gibt es in jetzt Deutschland oder auch meinetwegen in der Welt überhaupt schon Städte, wo ihr das Gefühl habt, ja, die sind total auf dem richtigen Weg, wirklich vieles sehr, sehr gut zu machen und vieles zu bedenken. Also nicht nur die Wirtschaft, sondern eben auch, ja, das dort Wohnen, die Lebensqualität und das Miteinander und so weiter und so fort. Johannes, schießt ruhig los. Ja, also ich war vor drei Jahren mal auf einem Forschungsaufenthalt in Rotterdam. Und ich finde die Holländer, also die Niederländer, die sind ziemlich auf einem ziemlich guten Weg. Die sind ziemlich nah dran, was das angeht. Also ich kann natürlich nicht beurteilen, wie die es hier, die wirtschaftliche Performance, natürlich kann man das ein Stück weit natürlich so gut anschauen. Aber von der Lebensqualität, also von den Dingen, die die Stadt ausmachen, kurze Wege, gute Mobilität, kulturelles Angebot, gute Arbeitsmöglichkeiten, Sicherheit, tolle Restaurants, Freizeitmöglichkeiten und so weiter und so weiter. Da habe ich so eine Stadt in Deutschland bisher noch nicht gesehen. Also in Deutschland, finde ich, haben wir ja wirklich, und das ist ja wahrscheinlich ein bisschen der Elefant im Raum, einfach dieses große Problem der Autozentrierung meiner Meinung nach, dass unsere Städte nicht so lebenswert macht, wie sie eigentlich sein können. Aber das ist ja nicht das Thema von heute, aber ja, also in Deutschland habe ich das Gefühl, war das auch deshalb wirklich ein sehr angenehmes Leben dort. In Mannheim kann man sich so nicht fortbewegen, zum Beispiel in der Stadt. Und das macht dann viele andere Dinge auch nicht so angenehm, gerade mit Kindern zum Beispiel. Ich glaube, bei Kindern, sich durch die Stadt zu bewegen, ist nicht so leicht, in Deutschland auch. Es ist doch immer gut, in der ersten halben Stunde schon über den Elefanten gesprochen zu haben. Von daher können wir doch ruhig einmal benennen. Wir haben ja, klangen ja auch schon ein paar Mal an, die Autozentrierung der Städte. Und wenn du es jetzt benennst, als tatsächlich für die Lebenswertfühlbarkeit, also die Lebensqualität in Städten, wenn du es da sofort anbringst, als vielleicht auch größten Unterschied zwischen Rotterdam und dem, was du hier erlebst, dann ist es ja tatsächlich auch ein nicht zu unterschätzender Faktor, der auch im Netz hier besprochen wird. Wenn ich auf meinem Bobbycar unterwegs bin, ist das alles kein Problem, sagt Mingo, ich habe 82. Das freut uns natürlich. Also die Lösung der Zukunft liegt in den Bobbycars. Vielen Dank an dieser Stelle für dieses schöne Gespräch. Sehr schön. Ja, okay, vielen Dank. Also Rotterdam, gibt es noch mehr Punkte, wo du das Gefühl hattest, oder kannst du uns noch genauer beschreiben, was dich dort fasziniert hat und was du hier nicht findest? Ja, wie gesagt, also einfach ein Gefühl der Freiheit, dadurch, dass man sich nicht so eingeengt fühlt und auch ein Gefühl der Vielfalt. Also ich glaube, in Deutschland hat man auch durch diese Strukturen, die auch wiederum durch diese Autozentrierung kamen, geschaffen wurden. Die Stadt ist in der Mitte, Leute fahren von außen mit dem Auto rein, parken das Auto in der Stadt, gehen maximal zehn Minuten zu Fuß und bewegen sich dann aber nicht zu weit von ihrem Auto weg. Während man, das ist mir in Rotterdam ganz extrem aufgefallen, Aktivität und kulturelle Aktivität, wirtschaftliche Aktivität über die gesamte Stadt ausgebreitet gesehen hat, weil die Mobilität einfach allumfassender ist. Sie ist nicht so zentriert, immer in die Mitte hinein, sondern es findet eben mehr auch in den Stadtteilen statt. Das war so ein Gefühl. Ich bin wirklich kein Stadtforscher oder kein Raumforscher, aber das, was mir dort aufgefallen ist, wenn ich jetzt hier in meinem Mannheimer Stadtfeld, in dem ich wohne, in der Neckarstadt, da ist nicht so viel. Also da gibt es natürlich einen Supermarkt und zwei, drei Restaurants, die in Ordnung sind, aber tagsüber sind dort keine Menschen. Die arbeiten nicht, sondern die fahren dann irgendwo hin. In der Regel sogar mit dem Auto. So einen großen Teil. Und das nimmt der Stadt ja auch ein Stück weit das Leben, wenn man so will, während dieser Kernarbeitszeiten, die ja doch trotz Corona und mehr Homeoffice sich behauptet haben. Ja. Da kann man ja auch dazu sagen, ich will jetzt nicht zu weit ausholen. Ich kann da bestimmen, ich könnte da noch weiter. Aber das war so ein Gefühl von mir. Deshalb kann ich es, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt nicht beschreiben. Nee, vielen Dank. Ich finde es auf jeden Fall auch spannend. Dass du nach dieser persönlichen Frage sofort auch auf gefühlte Qualität gehst. Und das Wort Freiheit, vielleicht können wir das uns auch aufbewahren für später nochmal und da nochmal hindenken. Ich gebe jetzt erstmal ab an Judith, wenn ich darf. Und wir gucken uns an, was du zu sagen hast und verbinden später. Ich bin gerade ganz Hilfe. Wir sind gerade dabei, das Öl zu erschließen. Und was das wahrscheinlich bedeutet. Also ich denke, die Kasse der Stadt, der wird es gut tun. Wir können bald wieder noch mehr Krankenhäuser bauen, wenn wir möchten. Aber, oh mein Gott, es geht in die Zukunft mit ganz vielen Klimagasenproblemen. Genau, das war so gerade, wo ich denke, nein, bitte nicht. Eigentlich nicht damit anfangen, wenn man seine Industrie darauf aufbaut. Dann ist das nachher ein Selbstläufer. Und das wird ja dann auch irgendwie durch Lobbyismus immer weiter gefördert. Aber ja, wenn wir den Haushalt regulieren wollen, hilft das sicherlich. Aber das ist doch ein super Bogen. Also deine Kernkompetenz ist auf jeden Fall auch das Überprüfen von Nachhaltigkeitsthemen. Also erzähl uns doch mal, wo hast du eine Stadt erlebt, die nahezu dem entsprach, was du dir vorstellst unter einer guten Stadt? Also ich könnte nicht sagen, dass ich jetzt so eine Stadt gefunden habe, wo ich alles mochte bisher, wo ich so sage, boah, Wahnsinn. Aber was mich wirklich, also in der Schnelligkeit des Wandels jetzt überrascht hat, war Paris. Also ich war vor einigen Jahren öfter mal in Paris gewesen. Ich glaube so das letzte Mal vor vier, fünf Jahren und dann jetzt dieses Jahr nochmal. Und Paris ist zur totalen Fahrradstadt geworden. Die haben ja dieses 15-Minuten-Startkonzept umgesetzt, dass man in 15 Minuten eben per Fahrrad oder zu Fuß alles erreichen können soll, was sozusagen für das moderne Leben wichtig ist für einen. Von Schule bis alle Basisversorgung von Ärzten und so weiter. Und ich muss sagen, auch die Durchmischung der Stadt, die dadurch stattfindet, also dass man eben versucht, nicht nur, also das haben wir ja jetzt hier im Spiel schon sehr klar, dass die eben wollen, dass sozusagen wirtschaftliche Tätigkeiten und Leben irgendwie voneinander getrennt sind. Und das sind ja ältere Stadtkonzepte, sagen wir mal. Also wir sehen immer mehr, dass, also klar, laute Industrien, dreckige Industrien eher am Stadtrand. Aber es gibt ja ganz viele wirtschaftliche Tätigkeiten, die wir in unserer direkten Umgebung auch haben wollen. Also wie Cafés, Restaurants, all diese, ja, sagen wir mal, auch das Kaufen von Möbeln und so weiter. Was ja häufig eher in Gewerbegebieten stattfindet. Aber trotzdem, wenn man diesen Fokus so mal nimmt und überlegt, was man damit macht, also dann muss ich sagen, also Paris hat mich echt überrascht, wie radikal die Veränderung war. Die haben irgendwie, ich glaube, in der Corona-Zeit, hatte ich dann in der Zeitung gelesen, 200 Kilometer Fahrradweg oder so oder 300 in wirklich ganz, ganz kurzer Zeit gebaut und man merkte den Unterschied so. Also plötzlich waren alle Pariser mit Fahrrad unterwegs, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Und was ich auch faszinierend fand, so die Inklusion in der Stadt war ganz eindeutig. Ich hatte so einen kleinen Koffer dabei und ich musste den vom Garduino bis zu meinem Hotel bin ich gelaufen. Das mache ich ganz gerne. Geografie macht man mit den Füßen, hat ein alter Prof mir mal gesagt. Und ich finde, das stimmt immer noch. Und ich bin halt mit dem Köfferchen, ungelogen, ich musste den nicht einmal hochnehmen. In dem kompletten Track, und das waren also bestimmt drei Kilometer, die ich durch die Innenstadt gelaufen bin, weil es immer so schön runterging. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre irgendwie in irgendeiner Weise, ja, disabled. Entschuldigung, das richtige deutsche Wort kommt mir gerade nicht. Und dann, ja, ist so eine Stadt Wahnsinn. Also in der Zugänglichkeit fand ich das schon wirklich überraschend. Dann kann man den Spruch ausweiten und sagen, Geografie macht man nicht nur mit den Füßen, sondern auch durchaus mit den Rädern beispielsweise. Ja, sehr gut. Genau, also es macht wirklich einen Unterschied an der Stelle. Ja, definitiv. Und deswegen, das fand ich, das hat mich echt sehr, sehr positiv überrascht. Vor allem, weil so die Vision dahinter, wir machen die Stadt jetzt wirklich mal flott. Und ich habe vorher viel gehört darüber, dass Paris so ein Vorbild ist und so. Und dachte immer, ja, wieder so eine Vorbildstadt. Aber genau, also die Schnelligkeit, mit der die das einfach mal umgesetzt haben und so diese Pandemie einfach genutzt haben, um das noch schneller zu machen, was sie vorhatten, muss ich sagen, mein Respekt als Konzept. Und glaube ich, funktioniert das. Und die Stadt hat ja auch ein sehr großes, also so Leben zumindest. Ich glaube, es ist nicht direkt alles einschließend, weil ich war jetzt, ich rege von der Innenstadt. Die Stadt ist viel, viel größer und sicherlich war ich da nur in diesen Bereichen, wo man eben genauso viel investiert hat. Das muss man eben auch ein bisschen an der Stelle mit einsehen. Aber genau, das war auf jeden Fall mein städtisches Highlight in letzter Zeit. Ja, und auch wenn, wenn das jetzt vielleicht nur einen Teil der Stadt betrifft, irgendwo muss man ja anfangen. Und da ist offensichtlich ja etwas gelungen, was beispielhaft und vor allem schnell und du hast das Wort radikal benutzt, was ich da, glaube ich, wirklich sehr passend finde, weil es wirklich beispiellos ist, stellt sich mir ja wieder die Frage, warum konnte es dort gelingen? Pandemie war bei uns ja genauso. PolitikerInnen haben wir hier auch. Was also, da können gerne auch, das können wir gerne mitnehmen, weil ich glaube, diese Frage bezieht sich später auf viele Dinge, über die wir noch nachdenken. Warum ist es hier vielleicht so behäbig und eben nicht so möglich? Woran liegt das, was eure... Autolobby, Autolobby. Okay, gut, ja, the elephant again. Die Autolobby, genau. Wir haben die Lösung dazu ja schon gefunden, die in den Bobbycars liegt. Vielleicht geben wir das einfach nochmal den PolitikerInnen weiter. Okay, also klar, ja, Autolobby. Okay, Lobby ist vielleicht sowieso nochmal ein gutes Stichwort. Wir haben das alles... Bei denen in Frankreich auch nicht so klein ist, denke ich. Also Franzosen sind ja auch Autofans, wenn man mal auf dem Land dort unterwegs ist. Also was braucht es noch, um umgesetzt werden zu können? Also ich glaube, ich glaube, da in dem Fall, das kostet ja nicht mal so wirklich viel. Da geht es vor allem um politischen Willen. In anderen Fällen, also jetzt einfach mal einen Radweg auszuweisen, so ein Pop-Up-Bike-Lane, das sind ja keine großen Kosten, die da ist unmittelbar für Anzahl. Natürlich gibt es dann theoretische Kosten, wenn Staus entstehen und so weiter, weil die Leute dann trotzdem weiterhin mit dem Auto fahren wollen. Und dann stundenlang im Stau stehen, was wir in Paris ja sowieso die ganze Zeit machen. Aber natürlich sind die Kosten erstmal für diesen kleinen Fahrradweg nicht so groß. Also ich weiß, während der Pandemie gab es hier in Mannheim auch so eine Pop-Up-Bike-Lane. Und die war, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, also im Freundeskreis und ich wollte die dann fahren mit einem Freund von mir, bin dann mit dem Fahrrad da lang gefahren und dann war die irgendwie so ein Kilometer lang, vielleicht nicht mal 500 Meter. Und trotzdem hat man aber die zwei Autospuren auch noch daneben ermöglicht. Also es waren weiterhin zwei Autospuren da und rechts nebenan hat man dann halt eben diese Bike-Lane hingequetscht und überall am Rand waren dann so Stände von ADFC und was nicht alles. Und dann, als man diese 500 Meter aber durchquert hatte, endete diese Pop-Up-Bike-Lane auf einer dreispurigen Straße. Und man wurde so mitten in diese dreispurige Straße hineingespült. Und ich fuhr dann da so lang und als ich dann mit fertig war, dachte ich so, echt jetzt, das ist alles, was wir an Veränderungen hinkriegen? Also ich fand es richtig peinlich in dem Moment, weil ich dachte, es kann doch nicht euer Ernst sein, dass das als Veränderung gefeiert wird. Und deswegen finde ich es so gut, was du gesagt hast, das einfach mal auszuprobieren. Also ich will jetzt auch nicht nur gegen die Autospuren oder so, ich werde selber in Zukunft auch eins häufiger brauchen, weil ich aufs Land ziehe. Aber es geht doch darum, in der Stadt zu leben, es geht doch darum, eine vernünftige Art und Weise der Mobilität zu finden. Und es geht auch darum, generell Veränderungsbereitschaft zu zeigen. Und ich glaube, das werden wir als Gesellschaft generell noch viel mehr machen müssen die nächsten fünf bis zehn Jahre, als das bis jetzt der Fall ist. Und das aber, dieses konkrete Negativbeispiel, was ich jetzt gerade genannt habe, dass, also wenn es dabei bleibt, dann werden wir die nicht schaffen. Wenn wir nur so Hölzchen und Stöckchen mäßig uns fortvorantasten. Ich habe das große Stichwort politischer Wille hier mal stehen und würde da gerne nachher nochmal drauf zurückkommen. Jetzt aber erstmal Felix noch mit ins Boot holen, weil wir über seine Utopie oder seine favorisierte Stadt noch nicht so viel gehört haben. Also bitte erstmal du und dann machen wir weiter. Ja, also ich probiere jetzt mal eine Politikerantwort. Ich komme sofort gern auf diese Frage zurück. Ich würde aber gerne nochmal was zu Holland sagen, weil wir ja gerade hier wieder auf dem Ölfeld sind. Da gibt es ein interessantes Phänomen, das ist nach Holland benannt, nämlich die sogenannte holländische Krankheit. Und die sagt uns, dass das mit dem Ressourcenreichtum vielleicht gar nicht so gut ist. Also nicht nur klimaschädlich mit dem Öl, sondern in Holland war das so. Nach den Gaskunden in Holland quoll also das Staatsbudget über. Der Staat konnte die Löhne massiv erhöhen und auch andere Industrien waren plötzlich im Hintertreffen, weil alle brauchten holländische Gulden, um dieses Gas zu kaufen. Und quasi die Übernacht war die Wettbewerbsfähigkeit der holländischen Industrie dahin. Also dieser Segen des Gases betrete sich dann um. 20 Jahre später war die Industrie kaputt in Holland. Das ist das, was wir holländische Krankheiten nennen. Deswegen sollte man aufpassen. Also liebe Lilly, wenn du da fleißig weiterbaust, mach nicht zu viel. Nicht zu viele Ressourcen exportieren. Das kann mal schnell nach hinten losgehen. Aber das ist ein ganz anderer Punkt. Ja, utopische Städte. Ich weiß nicht, ich tue mich schwer mit sowas. Und das mit dem Fahrrad, das ist auch alles schön und gut. Aber das sind kleine Wohlfühlthemen, die mal ganz interessant sind. Aber ich glaube, die große Frage ist wirklich, können solche Städte wie Rotterdam wirklich leben und überleben, ohne nicht irgendwo anders auf der Welt einen riesengroßen Fußabdruck zu hinterlassen. Und das ist mir immer so ein bisschen, man ist da und alles grün und alles hip und alles schön. Und irgendwo in China werden da die Pappbecher hergestellt, die dann dort ausgeteilt werden, damit ich da meine Chai-Latte trinken kann. Also auf dem Land ist es manchmal ein bisschen ehrlicher. Dann sieht man halt gleich die Konsequenzen seines Handels und lebt nicht in so einer, ein bisschen wie in so einer kleinen Düstglocke. Also wir haben halt viele kleine Mittelstädte in Deutschland. Und Deutschland ist von der Stadtstruktur her ganz anders als Holland. Nicht so dicht besiedelt in manchen Regionen wie Holland. Und auch von der Industrie, die wir aufgestellt haben, die Bergbaustädte, die früher eben die reichen Städte waren. Sowas gab es dort halt auch nicht. Also man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Krieg ist das nur eine Fassade. Und irgendwo tausend Kilometer weiter in einem anderen Land entsteht wirklich die Folgen meines Handelns. Oder habe ich die live vor Ort? Und ja, das ist nicht immer so einfach. Auch mit dem Städteumbau. Unsere gesamten Stadtsysteme sind also in den 60er, 70er Jahren umgebaut worden. Viel Kriegszerstörung. Und zwar alles schon auf das Auto ausgerichtet. Ich meine, es ist immer gleich zu sagen, wir müssen alle dann irgendwie die Konsequenzen tragen. Aber wer will denn gerne eine halbe Stunde länger pendeln, weil er mit dem Bus unterwegs ist oder mit dem Auto? Dann kommen die harten Fragen irgendwann mal. Und dann wird es eher unangenehm. Und dann sieht man, was den Leuten dann die Zeit plötzlich wert ist. Ich will nur sagen, alles gut, alles richtig. Ich fahre auch jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit und genieße das, die kurzen Wege. Ich will nur sagen, das ist nicht für jeden eine Option. Und daran sollte man auch denken. Okay. Ich werde nicht von der Autolobby gesponsort übergehen. Gut, dass du es nochmal sagst. Johannes, wolltest du jetzt direkt was dazu sagen? Ach so, ja, nee, ich wollte da natürlich insofern zustimmen. Also ich sehe das natürlich auch so, dass man das natürlich differenziert betrachten muss. Wobei ich jetzt zum Beispiel nicht glaube, dass jetzt der, 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 der sozusagen diese übermäßig negative Fußabdruck von Rotterdam sich unterscheiden würde jetzt von dem Fußabdruck von, sagen wir mal, Hamburg oder so oder Mannheim, die auf das Auto ausgerichtet sind. Also alles andere gleich sozusagen, glaube ich, das ist ja nur das, was ich sagen wollte, haben die es dort besser gelöst. Zum Beispiel auch auf Autofahren ist dort angenehmer, weil eben die Konzepte besser irgendwie ineinander greifen. Und ich glaube, das kann man in Deutschland schon, was du gerade auch erwähnt hast, wir sind halt in so eine gewisse Partabhängigkeit reingeraten. Und sich daraus herauszulösen, das ist natürlich schwierig. Aber man muss natürlich auch irgendwann mal damit anfangen, das zu machen, diese Partabhängigkeit ein Stück weit zu durchbrechen. Und am Anfang eines solchen Prozesses wird es für einen Teil der Bewohner oder der Leute, die zum Beispiel auch reinpendeln, wahrscheinlich erst mal unangenehmer, als es das bislang war. Aber man, dennoch kann die Veränderung ja auf Dauer sozusagen dazu führen, dass vielleicht der Autoverkehr insgesamt sozusagen reduziert wird und die zum Beispiel die Bahnverbindungen in die Städte besser ausgebaut werden und dann gibt man ja eigentlich auch was zurück. Also damit wäre dann ja auch für die Landbevölkerung zum Beispiel was gewonnen, die dann wiederum von den besseren ÖPNV-Anbindungen profitieren wird. Also kurz gesagt, das ist auf jeden Fall wirklich komplex. Ich will das auch wirklich nicht, diese einfachen Lösungen hier sozusagen damit, soll jetzt hier eigentlich auch nicht so politisch sein. Aber ich denke, wir sind in Deutschland. Ich verstehe dich ganz schlecht. Ja, ich glaube, wir müssen ihn mit den Füßen abstimmen. Du müsstest noch mal, du müsstest ein bisschen länger reden, dann bist du wieder richtig da. Ich glaube, das schnelle Ineinanderspielen, das schaffen wir hier gerade nicht so gut. Sag den Satz gerne nochmal, Felix. Ich glaube, jetzt haben wir dich. Ja, die Leute können ja mit den Füßen abstimmen und wir sehen ja, wo die Leute hingehen. Und die gehen in die völlig überfüllte Stadt München. In den völlig überfüllten Rhein-Main-Gebiet, wo egal mit was man endet, keine Freude hat. Die ziehen nach Köln und Bonn, wo verkehrstechnisch alles zusammenbricht. Ich will nur sagen, wir sollten darüber nachdenken, diese Beobachtung mit bedenken. Wenn alle nur Fahrrad, gerne Fahrrad fahren würden, würde ich sagen, dann ziehen wir alle an die Küste, alles schön flach in kleine Mittelstädte. Aber es ist eben nicht, was passiert. Also will ich nur darauf hinweisen, dass es den Leuten ist, es sind verschiedene Dinge wichtig. Nicht nur mit dem Fahrrad zu fahren, sondern die kurzen Wege, die Zeit zu sparen, das ist unglaublich viel wert. Das kann sich ändern irgendwann mal wieder, aber es sollte mich unterschieden. Also was mir wichtig war, ist, diese 15-Minuten-Start als Konzept ist ja kein Konzept, was auf das Fahrrad ausgerichtet ist, sondern das ist ein Konzept, was auf Convenience ausgerichtet ist. Also auf die Idee eigentlich, dass man eben besonders schnell und praktisch alles, was man haben möchte in einem urbanen Raum, relativ schnell erreichen kann. Was auch bedeutet, dass man natürlich ganz, ganz viel die verschiedenen Arten von Räumen, also von Wohnen kombiniert mit eben all diesen wirtschaftlichen Aktivitäten miteinander verbinden muss in einem Raum. Und das so überlappend und schön durchmischt, also diese urbane Durchmischung, die ja auch wirtschaftliche Konsequenzen hat. Und darauf aufbauend, was ich glaube, dass Räume, die so ein bisschen so gestaltet sind, dass sie gemischt sind, bewegt sind und so weiter, ja, die ziehen einerseits Leute an, also Abstimmung mit den Füßen, aber andererseits ist es auch so, dass solche Räume, Räume, die innovativ sind, weil unterschiedliche Leute, diverse Leute in ihnen zusammenkommen und Ideen austauschen und Firmen gründen und so weiter, auf Dauer eben auch Arbeitsplätze haben. Und viele Menschen ziehen auch einfach in die Stadt, weil sie da Arbeit finden, die Art von Arbeit, die sie haben möchten. Und dementsprechend ist das so ein bisschen, ist Lebensqualität natürlich nicht alles, sondern, also es gibt ja diese relativ bekannte Perspektive von Florida, der, ich glaube, so um 2001 herum die These entwickelt hat, dass man nur eine besonders coole Stadt haben muss, dann kriegt man Wirtschaftswachstum. Also sehr, sehr platt gesagt. Das ist viel komplexer, als ich das jetzt darstelle. Aber ich reduziere es mal so richtig, richtig runter, also so eine coole Stadt, die so ein bisschen hip ist, wo man verschiedene Leute miteinander mixt und die kriegen das dann schon als sozusagen Zusammenkommen der kreativen Klasse an einem Ort. Wenn man davon mehr hat als im Rest des Landes, dann kriegt man halt Wirtschaftswachstum. So, aber es kann halt auch umgekehrt sein. Also die Kausalität ist eigentlich nicht klar. Er hat das relativ so dargestellt und dann hat er Stadtplanern gesagt, ach ja, sie müssen irgendwie Kulturprogramme schaffen und dann kommt die Wirtschaft. Also so ein bisschen übertrieben. Klar, ich übertreibe das jetzt. Aber es kann halt auch andersrum sein, dass eben Menschen nicht in die Stadt kommen, weil sie cool sind, sondern weil da schon Arbeit ist. Und diese Menschen, die dann kommen, sind halt cool und bilden einen coolen urbanen Raum. So, und deswegen würde ich eher sagen, dass das irgendwie miteinander verbunden ist. Und dass deswegen bestimmte Städte sozusagen attraktiver werden auf Dauer wirtschaftlich und für die Lebensqualität. Weil für so eine Lebensqualität braucht man natürlich auch ein gewisses Einkommen von vielen Leuten, die irgendwie zusammenkommen, die dann dafür sorgen, dass die Landschaft an Restaurants besonders attraktiv ist und so weiter. Da kommen natürlich auch städteplanerische Sachen rein und Verkehr und so weiter. Aber das ist doch auch irgendwie so ein Hin und Her. Und deswegen hatte ich vorhin, als wir die Einführung gehabt haben, so ein bisschen gefragt, wie sieht das denn mit dem Bildungsniveau aus? Wenn wir das hochsetzen, wenn das jetzt im Spiel so funktionieren würde wie bei Florida, dann haben wir plötzlich einen riesen Wirtschaftsschub. Aber das ist ja auch gar nicht so einfach. Also hier im Spiel ist das ja ein bisschen komplexer auf jeden Fall gedacht an der Stelle. Genau. Also wie gesagt, es ist nicht ein rein Verkehrsding, sondern 15 Minuten statt als Durchmischung und coolen Machen von so einem urbanen Raum, sodass da Menschen leben wollen und gleichzeitig sich neue Innovationen ansiedeln durch diese Art der Struktur. Vielen Dank. Wenn es jetzt nicht direkt was dazu gibt, das war ja gerade sehr, sehr deutlich. Also irgendwas an den Städten scheint uns zu reizen. Und ja, es ist alles multifaktoriell, was wir jetzt heute besprechen. Ich glaube, es ist eine Reduktion auf irgendetwas. Das ist wahrscheinlich nicht schlau. Und trotzdem müssen wir, glaube ich, anhand von kleinen Beispielen versuchen, konkret zu bleiben. Aber Felix, bei dir ist es ja so, dass du viel forschst, auch zum Thema Land-Stadt-Unterschied. Und die Menschen, die hier öfter zuschauen, wissen, ich komme ursprünglich aus Ostfriesland. Ich habe innerlich bei all dem, was wir hier immer besprechen, läuft und rattert es bei mir immer. Aber was ist auf dem Land? Was ist auf dem Land? Weil nichts von dem, was wir hier diskutieren, was wir uns wünschen, was auch meinen, also ich wohne ja nun auch in Hamburg und auch sehr bewusst in Hamburg, was ich hier mag und schätze, ist auch nur ansatzweise dort zu finden. Und darum habe ich mich heute sehr gefreut, dass du sagst, ich finde, es lohnt sich mal aufs Land zu schauen. Da gibt es durchaus auch Vorteile und auch Standortvorteile oder Entwicklungspotenzial, von dem wir hier vielleicht noch gar nicht so viel wissen. Nimm uns gerne mal mit in all das, woran du dort forschst. Oje, wo fange ich da an? Ja, aber klar, es ist in anderen Zeiten auch. Ja, okay, vorne. Vorne ist eine gute Idee. Wir müssen uns ja klar machen, also bis vor 200 Jahren hatten wir überhaupt kein Wirtschaftswachstum auf der Welt. Nirgendwo. Bis vor 200 Jahren, vor 200 oder 250 Jahren waren wir so reich oder so arm wie in der Steinzeit. Ja, es ist nichts passiert in der Menschheitsgeschichte, gar nichts. Und dann plötzlich startete in die Industrialisierung, plötzlich entstanden überhaupt Städte, so wie wir sie heute kennen. Klar gab es größere Orte auch schon, aber diese Industriestärke, die damals erst entstanden ist, in den großen Fabriken, wo es wirklich darauf ankam, dass man in der Nähe wohnt, weil ich sehr, sehr viele Leute gleichzeitig für eine Schicht zum Beispiel brauche. Das gab es vorhin nicht. Da gab es keinen Bedarf dafür. Und diese Vorteile der Städte, die sind eben mit der Industrialisierung erst entstanden. Und dann sind erst auch diese riesengroßen Metropolen, die wir auf der Welt kennen, entstanden. Wie gesagt, es gab natürlich auch Beispiele in der Vergangenheit von großen Städten, aber nie eben an dieser Industrie orientiert. Das war so der Treiber, warum, also Urbanisierung und Industrialisierung, das ging Hand in Hand. Und naja, irgendwann haben sich die Städte eben so groß vergrößert, dass die Industrie nur noch in den kleineren Orten blieb. Und dann ist diese Theorie der kreativen Klasse, das eben schon gesagt wurde, entstanden. Also in den Städten, da findet heute die Innovation statt. Da findet heute, da ist die ökonomische Power. Früher war ein bisschen so die Teilung der Nachwuchs, der kam im Land. Die Geburtenraten waren dort hoch. Und man zog dann eben in die Städte, wenn man es geschafft hat oder wenn man eine andere Karriere sich vorgenommen hat. Und heute müssen wir aufpassen, ist das ein bisschen umgedreht. Ja, also in den Städten sind vor allem viele junge Leute. Und weil sie sich dort wohler fühlen. Wir wissen, man zieht vor allem dahin, wo man seinesgleichen hat. Und junge Leute treffen junge Leute vor allem in den Städten. Und auf dem Land sind wir so ein bisschen in eine Abwärtsspirale gegangen. Von Überalterung heutzutage. Und welcher junge Mensch zieht aufs Land und fühlt sich dort wirklich wohl, wenn er der Einzige ist im Ort unter 40. Kann man verstehen, dass man sich da nicht so super wohl fühlt. Und deswegen, also eine Idee wäre, zum Beispiel in ländlichen Raum wiederzubeleben, ist eben nicht nur versuchen, einzelne Familien zu holen, sondern wirklich mal so eine Gruppe von Leuten zu gewinnen. Und auch ländlichen Raum natürlich als Land zu verstehen, nicht so als Vorort. Also schlimm finde ich diese zählten Stadtränder. Das ist weder Fisch noch Fleisch. Das ist keine Stadt. Weil dort gibt es nicht die Vorteile der Stadt. Dort gibt es keine Industrie, keine Jobs oder sowas. Das ist aber auch nicht das Land. Dort gibt es keinen Zusammenhalt. Dort gibt es nicht diese klassischen Dorf, eine gewachsene Dorfgemeinschaft, eine alte Dorfkirche oder sowas. Es gibt keine gemeinsamen Plätze. Also ich würde schauen, das Land mit seinen Stärken stärken. Und das sind kurze Wege zur Autobahn zum Beispiel. Man muss sich eben nicht ewig durch die Stadt hindurchquälen. Man hat also Standortfälle auf dem Land. Aber auch die Stadt stärken in ihren Vorteilen. Also gerade auch dort wieder die kurzen Wege, nämlich innerhalb der Stadt. Aber möglichst vermeiden eben diese Zersiedelung, die eben zu dieser Autogesellschaft auch geführt hat. Die Leute stimmen auch ab dann mit den Füßen. Wenn ich einmal im Auto sitze, fahre ich eben auch auf die grüne Wiese zum Einkaufen und gehe nicht in den Dorfladen. Und so hat diese, sagen wir mal, Zersiedelung sowohl von Land als auch von Stadt in diese Speckgürtel hinein, hat vielleicht ein bisschen dazu beigetragen, dass wir in dieser Autosituation sind, die eben schon beschrieben wurde. Ja, aber das clever aufzulösen ist natürlich schwierig. Ich meine, wir werden immer weniger Leute in Deutschland. Einfamilienhäuser sind allein schon demografisch gesehen ein Auslaufmodell. Trotzdem müssen wir uns was überlegen, was wir eben mit diesen Stadtteilen machen. Zum Beispiel spendieren wir denen gemeinsame Plätze. Früher gab es sowas wie Dorfgemeinschaftshäuser. Brauchen wir sowas vielleicht auch für Einfamilienhaussiedlungen, einfach, damit man sich dort treffen kann und nicht eben erst bis in die Stadt wieder reinpendeln muss am Abend, nochmal, um einfach in die Kneipe zu gehen. Das sind so ein paar Gedanken. Das Land ist so, sind so die Experten für den sozialen Zusammenhalt. Und das muss man, kann man nutzen, das sollte man nutzen. Das ist der große Unterschied vielleicht auch zur Stadt. Du hattest gerade gesagt, man muss vielleicht einfach so Gruppen von Menschen wieder in die ländlichen Gebiete bringen, weil natürlich gebe ich dir recht, der soziale Zusammenhalt ist unvergleichlich zu dem, was ich hier erlebe. Und alles hat immer Fluch und Segen zugleich. Aber natürlich ist das nicht zu unterschätzen, was da ein Zusammenhalt ist. Es gibt halt auch eine Sozialkontrolle, die auf der anderen Seite wieder ganz schön nervig sein kann. Aber nun, mich interessiert diese Gruppe von Menschen. Wen genau meinst du denn, also wie kriegt man Gruppen von Menschen wieder dorthin, um Leben zu schaffen, ohne dass man sie irgendwie zwingt oder besticht mit irgendwelchen finanziellen Vorteilen des dort Arbeitens? Genau, das war bisher immer der Versuch, so einzelne Stipendien für Ärzte. Das war ja mal so ein Versuch, Landärzte zu gewinnen durch Stipendien. Wir versuchen ständig, einzelne Leute zu holen. Aber wir müssen ja verstehen, warum bleiben wir vielleicht als studierte Menschen in den Städten kleben, weil da unser Netzwerk ist, weil da unser Freundeskreis ist. Und bisher habe ich noch keinen Versuch gesehen, mal so einen kompletten Freundeskreis zu transplantieren in der kleinen und Mittelstadt. Und wenn ich eine sterbende kleine und Mittelstadt wäre, würde ich das probieren. Würde ich probieren, nicht nur ein, zwei Leute so mühsam ranzuholen, die dann aber nach ein paar Jahren dann doch wieder weg sind. So nachhaltig wäre wirklich mit so einem Schwung von Leuten. Man kann ja einen Wettbewerb machen, bewerbt euch drauf. Und je mehr ihr seid, umso höher ist eure Chance, dass ihr am Ende den Zustand bekommt für, keine Ahnung, um hier in Hoyerswerda in diese verlassene, verlassene sowieso, aber hochgemotzte Siedlung einzuzielen. Also ich glaube, dann funktioniert es, wenn man unter seinesgleichen ist, dann ist der Ort am Ende fast egal, wo man ist und kann sich wohlfühlen. Und das ist ein Versuch wert, würde ich mal sagen. Und sowas habe ich bisher aber leider noch nicht gesehen. Okay, das ist ein interessanter Move, habe ich auch noch nicht gesehen. Also Leute, wenn ihr irgendwo arbeitet, wo sowas möglich wäre, los geht's. Schreibt uns gerne an oder schreibt das in den Chat. Das klingt doch spannend. Ich nerve jetzt nochmal so ein bisschen, weil so kleine Städte, okay, und Gruppen, die dort hinziehen, weil sie dann irgendwie vielleicht etwas geschenkt bekommen, wie einen coolen Komplex oder sonst was zum Ausbauen oder zum Hochziehen. Das mag alles funktionieren, aber ich brauche aus dem Ort, in dem ich komme, sogar eine Dreiviertelstunde mit dem Auto, um überhaupt eine Autobahnauffahrt zu finden. Und ich finde, es gibt, um jetzt mal den Aspekt der Freiheit zu benutzen, den Johannes vorhin einbrachte, für mich ist das eine maximale Unfreiheit. Ich werde wahnsinnig da, kriege ich Schnappatmung, weil ich so lange brauche, um da weg zu sein. Natürlich ist das für andere auch wunderschön und die haben da alles, was sie brauchen, aber die sind ja eh schon da. Wir wollen aber ja Menschen wieder dorthin bekommen, weil es eben so viel Schönes dort gibt. Und trotzdem ist das von so vielen nicht gesehen. Gibt es da in euch, die Frage gerne an euch alle natürlich, irgendwie noch Konzepte oder Ideen, wie wir das hinkriegen? Soll ich an? Gerne. Vielleicht nur ganz kurz, ich glaube, das ist vorhin ja schon erwähnt. Also es gibt, ich denke, bei den meisten Ländlichen und Räumen ist es wahrscheinlich so, dass die Pendeldistanzen jetzt zum Arbeitsplatz nicht unbedingt weiter wären für die meisten Menschen. Also natürlich ist eine Dreiviertelstunde zur Autobahnauffahrt ein Extremfall. Also das ist wirklich weit, jetzt wo ich herkomme, da waren es 25 Minuten, wo ich jetzt hinziehe, da sind es 10 Minuten. Und 10 Minuten finde ich okay. Voll. Ich sage das jetzt nur mal aus meiner persönlichen Sicht. Wir haben da zum Beispiel auch sehr, sehr lange drüber nachgedacht. Für uns ist der Grund nämlich genau das, dass es einfach auch noch bezahlbaren Wohnraum in der Art und Weise gibt, wie wir uns das als Familie vorstellen. Und bei uns hat es natürlich noch den Grund, dass meine Schwiegereltern da neben dran wohnen. Also das sind noch so weitere Faktoren, die auch so ein Netzwerk natürlich begründen, was nämlich genau in diese Richtung geht, wie Felix angesprochen hatte, dass sich da so Klüngel verbinden, das heißt Klüngel, aber sozusagen Netzwerke bilden. Das ist ja genau das letzten Endes, was wir wollen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man so Konzepte vielleicht auch schafft, über Plattformökonomie, die das vielleicht auch in der Weise ermöglichen könnte. Weil was ich sehe hier in den Städten ist, bei vielen meiner Freunde, die haben dann viele den Wunsch, ich hätte gern eigentlich ein bisschen Garten. Aber es ist hier Rhein-Neckar-Gebiet, es ist einfach nicht zu bezahlen. Auch hier nicht mehr, in München schon gar nicht. Und deswegen fangen die Leute schon langsam an zu überlegen, was könnte es denn sonst noch so geben? Und ich glaube, der ländliche Raum könnte enorm gewinnen, wenn er viel mehr damit wirbt, was er eigentlich zu bieten hat, sozusagen, im Vergleich zu stellen. Und nicht immer, was ist schlechter, was kann man vielleicht gerade so leben? Und ich glaube auch, dass das Entwicklungspotenzial auch mit der Digitalisierung im ländlichen Raum enorm groß ist. Also wenn ich das nur kurz ausführe, weil ich denke, zum Beispiel, was das Thema autonomes Fahren angeht, das ist ein Riesenpotenzial für den ländlichen Raum, gerade wenn er überaltert ist, dann solche Sachen wie so Lieferhubs, wo ich vielleicht was vorbestellen kann, wie bei Flink oder was es jetzt in der Stadt gibt. Und am nächsten Tag hole ich dann das in so einem kleinen Tante-Emma-Laden ab, wo das zentral hingeliefert wird. Oder solche Sachen. Generell die Digitalisierung als Chance für den ländlichen Raum, das ist ja nicht mehr wie früher, mein Vater hat mir erzählt, früher im Odenwald, da war man halt von hinterm Berg. Da wusste man halt auch nichts. Aber heute ist das ja anders. Die technologischen Möglichkeiten sind ja gar nicht mehr so unterschiedlich zur Stadt. Das ist ja eigentlich häufig, also natürlich gibt es das noch in Deutschland, ganz bestimmt. Aber jetzt zum Beispiel in der Region, wo wir sehen, da ist das nicht so. Und auch in meiner Heimatregion habe ich eigentlich immer ein Netz und ein super Internet. Herzlichen Glückwunsch. Ja, also das sind natürlich die Sachen, die natürlich relevant sind. Das ist ja klar. Nur, wenn diese Grundbedingungen gegeben sind, kann ich ja überhaupt partizipieren. Und eine Dreiviertelstunde der Autobahnauffahrt ist natürlich ein Problem. Das ist wahrscheinlich ein Teil Deutschlands, den wir nicht erreichen werden. Aber es ist schön da. Ich war das schon auch von außen. Das hat mir immer gut gefallen da an der Küste. Ich meine, gleich sowieso unter Wasser in 20, 30 Jahren. Stimmt. Also eigentlich muss man sich da auch keine Mühe begeben. Das ist ja gar nicht mehr. Danke, das ist ja pragmatisch. Nee, das mache ich. Ja, aber das waren nur so ein paar Gedanken. Danke. Felix, du hattest dich, glaube ich, gemeldet. Ansonsten mache ich mit dem nächsten Stichwort weiter. Ich hätte noch einen. Alles klar, bitte. Go ahead. Soll ich? Die Kernefrage ist, glaube ich, was ist eigentlich eine Stadt? Eine Stadt ist, wir hocken alle aufeinander. Und das hat irgendwelche Vorteile, nämlich, wurde auch schon gesagt, wir treffen uns zufällig eben mal und reden über irgendwas und daraus entsteht was Neues. Das ist so prinzipiell, wie Städte funktionieren. Die Frage ist, ob die Digitalisierung das wirklich ersetzen kann. Oder in wie weit räumliche Nähe, also dass wir wirklich physisch nah beieinander sind, ob wir das per digitalen so ersetzen können. Und da würde ich persönlich sagen, aktuell sind wir da allerhöchstens am Anfang, wahrscheinlich noch davor. Weil so dieses ganze Zoom-Meetings und so weiter, jeder kann es vielleicht aus den letzten zwei Jahren bestätigen, sind halt toll, um Dinge abzuarbeiten, die man ohnehin schon geplant hat, aber auch richtig neue Dinge sind dadurch kaum entstanden. Die entstehen halt beim Quatschen an der Kaffeemaschine. Wenn man sich trifft und wirklich, ja, Zeit miteinander in Real verbringt, wenn man sich immer ins Wort fallen kann und es gibt so einen Austausch hin und her. Und das ist der Riesenvorteil der Stadt, dass wir aufeinander hocken. Und ich bin momentan ein bisschen skeptisch, oder ich sehe noch nicht, dass Digitalisierung das wirklich komplett ersetzen kann. Wir können drei, vier Tage Homeoffice machen, aber wir wissen aus Studien auch schon, dass die Leute dann anfangen, sich große Autos zu kaufen, noch weiter raus aufs Land ziehen, noch weitere Pendeln zurücklegen und der Effekt von weniger Pendeln wird dann überkompensiert durch längere Strecken und dickere Autos. Gewonnen ist wenig. Also wir müssen immer, also Digitalisierung ist sicherlich eine Chance, aber ich glaube, die nutzen wir noch gar nicht so richtig. Julia, also Digitalisierung und ländlicher Raum, das ist auf jeden Fall eine spannende Konstruktion, die sicherlich auch funktioniert. Mein Cousin will jetzt tatsächlich als Ingenieur aufs Land ziehen, weil er das von da aus arbeiten kann. Also es gibt Beispiele, wo das funktioniert mit seiner kleinen Familie aus Berlin weg. Genau, aber ich würde auch noch mal grundlegend infrage stellen, also Stadt und Land haben ja eine Beziehung miteinander. Die können ja ohne einander nicht existieren. Das heißt, wir brauchen ja immer die landwirtschaftlichen Mittel, die in die Stadt reinfließen, damit es überhaupt zu einer Stadt und zu so einer großen Agglomeration werden kann. Und wir brauchen auch eine ziemliche Effizienz der Landwirtschaft, damit das überhaupt stattfinden kann. Die haben wir an dieser Stelle. Wir haben, glaube ich, zwei Prozent der Bevölkerung, arbeiten tatsächlich in der Landwirtschaft in Deutschland. Das waren ja mal 90 bis 100 Prozent in der Vergangenheit. Und man sieht eben, wie Städte sich auch nach bestimmten Produkten entwickelt haben in der Vergangenheit, die da irgendwie reingekommen sind. Es gibt so ganz spannende Studien, die zeigen, wie das Fleisch in die Stadt gekommen ist und sich von da aus verteilt hat und deswegen die Stadt ausgemacht hat. Aber ich würde grundsätzlich einmal infrage stellen, wo wir heute sind. Wenn wir nämlich sagen, okay, wir wollen unbedingt das Land wieder beleben. Warum wollen wir das denn? Also jetzt mal der ökologische Fußabdruck pro Person ist auf dem Land größer, in Deutschland zumindest, als in der Stadt. Das liegt daran, dass man in der Stadt in kleineren Wohnungen wohnt, die so Sandwich sind und dann braucht man weniger insgesamt Energie und das Auto wird weniger benutzt. Die zwei Sachen sind ja Vorteile in der heutigen Welt. Also für mich ist die Frage, es ist ein schönes Ziel zu sagen, wir wollen, dass die ländlichen Räume dieselben Lebensbedingungen haben und so weiter, die wir haben wollen. Aber ist das das Ziel, worauf wir hinausarbeiten sollten an dieser Stelle in Deutschland? Wenn man bedenkt, dass wir so noch ungefähr zehn Jahre haben, um diesen Planeten zu retten. Ansonsten wird das Leben hier ziemlich ungemütlich bald. Das ist für mich durchaus eine Frage. Ist das wirklich das Ziel, wo man hingehen sollte? Und insbesondere, wenn Städte vielleicht eben ein sozusagen ökologisch effizienter machen im weiteren Sinne. Gleichzeitig ist das Land total wichtig, aus meiner Sicht, gerade was dieses Wieder-Zurückkommen, das Recycling und all diese Fragen angeht. Das Hin und Her ist es. Genau. Vielen Dank. Johannes erstmal dazu. Ja, das ist ein super interessanter Gedanke. Da habe ich auch schon häufiger mal drüber genachsagt. Das ist ja letzten Endes natürlich Agglomerationsvorteile auch ökologisch, zumindest die Reparibus noch bestehen, in der Welt, wie wir jetzt leben. Nur stellen wir uns mal den Extremfall vor. Alle leben in der Stadt. Daher vergeben es natürlich diese Effizienzvorteile. Auf der anderen Seite, glaube ich, spielt der ländliche Raum, was die ökologische Veränderung in so einem Land notwendig ist, angeht, eine sehr, sehr große Rolle. Also weil vieles da über Fläche läuft. Also da reden wir über ökologische Landwirtschaft. Wir reden da über Windkraft, Solarfarm. Wir reden da über Wiedervernässung von Mooren, Schützen von Wäldern, Artenschutz, Moorenmöcher. Das sind alles Dinge, die werden auf dem Land passieren müssen. Das heißt, wir kommen, glaube ich, nicht umhin, eine gewisse Infrastruktur. Und wir könnten natürlich auch überlegen, hey, komm, wir gehen alle in die Städte und dann lassen wir so, lassen wir die ganzen Dörfer, die lassen wir so überwuchern, lassen wir dann in den Wald reinwachsen und dann hat man mehr Wald. Aber was ich nur sagen will, wir müssen ja schon auch sozusagen die Infrastruktur da in gewissen Weise aufrechterhalten, zumindest zum Teil, wenn wir diese Veränderungen dort auch umsetzen wollen. Deswegen, glaube ich, wird der ländliche Raum immer eine Rolle spielen. Das ist ja eingeladen. Natürlich wird er sowieso eine Rolle spielen, weil da viele, viele Menschen leben noch und die werden da auch ein Teil bleiben wollen. Ja, genau. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Weil nur so ein, ja. Ja, siehle. Es gibt gute Gründe dafür, das zu wollen politisch. Ganz klar. Ganz klar. Ich stelle das nur mal. Nicht politisch. Politisch würde ja heißen, das ist ein Interesse, aber ich denke auch sozusagen im Sinne dieser Idee des Schutzes des Planeten könnte es sogar ganz, ganz sinnvoll sein, dass wir Menschen haben, die sich um diese Commons kümmern. Also in irgendeiner Weise müssen wir das ja angehen. Wir werden zum Beispiel, was den Waldarten und Schutz und die Moore angeht, das sind ja gigantische Flächen, über die wir da reden, die für die Klimaziele so unglaublich wichtig sind. Und ich weiß nicht, wie viele paar Dutzend Menschen sich in Deutschland damit aktiv beschäftigen. Das sind, glaube ich, zu wenige. Also da ist natürlich unglaublich viel zu tun. Und das wird noch nicht annähernd in unserem Wirtschaftssystem repräsentiert, weil dadurch keine Gewinne entstehen. Das ist ja einfach das Problem dieser Produktfixierung, die wir haben, dass wir nicht in der Lage sind, Kommengüter effektiv zu bepreisen. Also wir wissen alle, was der Wert von dem Wald ist, aber keiner wird auch nur einen Cent dafür hinlegen. So jetzt mal plump gesagt. Ich mache mal kurz so einen kleinen Bogen, vielleicht woanders hin, aber letztendlich hängt alles zusammen. Wir haben in diesem Format ganz, ganz viel immer darüber gesprochen, wie kann das Ganze partizipativer gestaltet werden, sodass wir unsere Wirksamkeit im System überhaupt spüren. Also damit wir auch das Gefühl haben, hier wird nicht nur etwas über uns hinweg entschieden, sondern wir sind irgendwie Teil dessen, weil uns das auf so vielen Ebenen wirkmächtiger macht und natürlich auch demokratiewilliger und überhaupt einfach das Ganze ganz wichtig ist. Daher die Frage einmal, wie kann denn jetzt Stadtplanungsprozess partizipativer laufen, sodass wir wirklich auf eine gute Weise und nicht auf so eine, wir geben euch so ein bisschen, damit ihr selbst mitentscheidet, sodass das laufen kann. Ja genau, Judith, du winkst und schon, ich will gar nicht weiterreden. Ja, 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 ich glaube, ich weiß, also ich finde eins der schönsten Ideen, die aufgekommen sind in letzter Zeit, sind diese Living Labs. Ich weiß nicht, ob die euch ein Begriff sind, also die Idee, dass man wirklich ein spezielles Problem in einer Stadt identifiziert und dann sagt, welches sind denn die Leute in dieser Stadt, die davon betroffen sind, die davon was wissen und die dann zusammenbringt und mit denen gemeinsam Lösungen entwickelt und umsetzt, ausprobiert und dann sagt, funktioniert, funktioniert nicht und eben in so einem kontinuierlichen, sagen wir mal, Co-Design-Prozess, Co-Kreations-Prozess entwickelt. Das ist eine der schönsten Ideen. Also zum Beispiel, wenn Städte sehr, sehr viel Hitze haben als Problem, dann gibt es ja so Möglichkeiten, dagegen anzugehen. Dann muss man Beton aufreißen, Bäume pflanzen, Wände begrünen und so weiter, aber da müssen eben auch Privatbesitzer und so weiter mitspielen und wie kriegt man das hin, dass man das irgendwie als Gemeinschaftsaufgabe organisiert und hin umsetzen kann eben als Konzept und wo müsste das dann sein und so. Da müssen Wissenschaftler dazu, da müssen dann in der Regel alle möglichen Sachen in der Richtung dazu. Und ganz, ganz konkret versuchen wir dieses in einem Forschungsprojekt gerade auf EU-Ebene, auf regionaler Ebene zu designen. Also nicht mehr so klein für ein Stadtviertel, sondern irgendwie noch größer und Richtung Klimaneutralität von Regionen zu gehen, was sehr, sehr kompliziert ist. Wir nennen das dann Transition Superlabs, aber genau, also das sind die zwei Beispiele, die ich jetzt so habe. Felix, von dir eine Ergänzung? Du bist zumindest unmuted. Möchtest du dazu was sagen? Eine Frage unmuted. Wie kriegt ihr denn alle Input? Ich glaube, die große Frage in dieser partizipativen Forschung ist ja immer, wie erreiche ich wirklich die, dass dann am Ende alle dabei sind, zumindest der Querschnitt, und nicht nur den Profibürger? Das ist total schwierig. Das ist total schwierig und das ist halt eins der Aufgaben. Wir haben jetzt sozusagen einmal die Möglichkeit, das auszuprobieren und sind gerade erst richtig am Anfang. Und das ist ein total großes Thema bei uns. Wie machen wir das genau und wie machen wir das richtig, um alle ins Boot zu bekommen? Und wir sind tatsächlich, also wir haben natürlich Konzepte dazu, ob wir die umgesetzt kriegen, wie genau das richtig funktioniert. Das wird sich alles noch im Prozess zeigen. Genau, aber zumindest diese Living Labs haben ganz gute Strategien entwickelt. da gibt es auch ein ganzes Netzwerk von Leuten, die das machen und die haben dann so Möglichkeiten, wie man die Leute reinbekommt, auch marginalisierte Gruppen, dass die mitreden und so. Und das ist aber auch immer schwierig. Das sind immer die Hürden, die immer wieder aufkommen und wo man immer wieder neue Strategien sich überlegen muss und ausprobieren muss. Womit kriegt man die Leute ins Boot, dass sie mitdiskutieren und mitgestalten? Ja, Johannes. Dann, Herr Gerser, ich finde es total spannend, dass ich habe das nur einmal hier in Mannheim, weil es gab es auch, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, und da ging es auch darum, das war in Bezug auf Mobilität, da wurde die Stadtkarte gezeigt und man konnte dann so Punkte einzeichnen und dann schreiben ja hier, der Bahnübergang, der ist total blöd, der ist total holprig mit dem Fahrradweg. Und es hat aber trotzdem nichts geholfen, es ist leider nichts passiert, da an der Stelle, aber es war, es gab ein bisschen die Möglichkeit, was mich da, wenn ich gerade noch denken musste, in Frankreich gab es doch vor zwei Jahren diesen Klimarat, ich glaube, das waren dann so 50 Personen oder so, die randomisiert selektiert wurden und dann Empfehlungen ausgearbeitet haben und die ziemlich radikal waren am Ende, irgendwie sowas wie Inlandsflugsverbot und so Sachen waren da, ich weiß nicht mehr genau, waren da mit dabei und die wurden dann zum Teil umgesetzt vom Parlament. Aber ich glaube, das könnte eigentlich ein Weg sein, also einfach über so, wirklich mal sich zu trauen, zu randomisieren, einfach die Menschen zufällig auszuwählen und dann zu schauen. Ich glaube, das ist einer der radikalsten Ideen, um die Demokratie umzukrempeln. Total, ja. Die zur fälligen Auswahl von Leuten, einfach 100 Leute zusammenstecken und diskutieren lassen. Total, ja. Genau, mit ExpertInnen, das möchte ich noch dazu sagen, damit es nochmal irgendwie in Differenzierung zu Volksentscheiden, da geht es ja wirklich um eine Auseinandersetzung und auch um Beratung von Menschen, die sich auskennen zu dem Thema. Aber ich glaube, die Erfahrung, die diese Versuche, die es ja schon gab, zeigen, ist, dass es immer viel radikaler ist, wo wir wieder den Bogen zum politischen Willen auch manchmal haben. Oder vielleicht auch, dass uns vielleicht gar nicht so viel zugetraut wird in dem, was eigentlich wirklich machbar war, weil viel zu viel Wert gelegt wird auf einige vielleicht sehr laute Stimmen, die das Ganze nicht wollen. Du hattest dich noch gemeldet, Felix, ich will dich gar nicht übergehen, aber ansonsten habe ich noch weitere Fragen. Ja, die finden beraten. Durch solche Gremien finde ich ganz gut entscheiden. Da kriege ich ein bisschen Krippel auf der Haut. Also wir haben auch eine Studie gemacht zu kleinen Dörfern in Schleswig-Holstein. Die dürfen nämlich direkte Demokratie haben, wenn sie nur klein genug sind. Und habe ich verglichen mit Dörfern, die also knapp keine direkte Demokratie haben. Und wir sehen, dass die direkt gewählten Parlamenten oder die direkt gewählten Gemeinden, die die direkte Demokratie haben, gar nicht so viel anders entscheiden, als die, die mit Politikern, also mit Gemeinderäten arbeiten. Also man sollte auch aufpassen, das ist eine nette Sache, aber nicht jeder ist in der Lage oder willens sich zu beteiligen. Und so unterschiedlich sind am Ende sogar fast die Entscheidungen zwischen, wenn Demokratie gut funktioniert, zwischen direkter Demokratie und gewählten Vertretern gar nicht. Aber ich glaube, Demokratie muss politischer Wettbewerb gut funktionieren. Dann klappt das. Ich würde dir zustimmen, kann ich da ganz kurz eine Sache zu sagen. Ich glaube aber, dass man da trotzdem eine gewisse Selektion hat an diesem, an dieser, weil du natürlich in kleinen und auch die, die partizipativ arbeiten, also die gerade über der Schwelle sind, sind ja klein. Und entsprechend existieren da ja, gibt es da vorhandene Netzwerke, während du natürlich in der großen Stadt diese vorhandenen Netzwerke, also die sind nicht so eindeutig. Also das ist, glaube ich, ist schon ein Unterschied. Deswegen würde ich das jetzt nicht eins zu eins auf das größere, auf das größere Setting anwenden wollen. Aber ja. Ich wollte nur sagen, es gibt noch eine nette Studie zu Erlangen. Erlangen hat regelmäßig Volksentscheide gemacht zu Neubaugebieten. Und man kann ja dreimal raten, wo die Leute, in welchen Stadtbezirken eher für oder gegen Neubaugebiete waren, nämlich genau dort, wo gerade das Neubaugebiet eben nicht entstehen sollte. Da waren die Leute dafür. Und da, wo direkt drangebaut werden sollte, waren sie dagegen. Also ein bisschen dieses Not in my backyard. Wir müssen ganz kurz noch einmal sehr, sehr klar differenzieren, was hier korrigiert mich, wenn ich das falsch sehe. Aber ich glaube, hier sind auf keinen Fall Volksentscheide gemeint. Es geht nicht um diese Form der direkten Demokratie. Das finde ich sehr demokratiefern. Das ist aber nur meine Meinung. Darum geht es jetzt gar nicht, sondern es geht tatsächlich darum, dass Menschen einfach randomisiert zusammengewürfelt werden und sozusagen gezwungen werden, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, zu dem sie zuvor nie etwas gehört haben. Dadurch aber, so wie wir heute Abend letztendlich, in eine ganz wunderbare Verbundenheit mit Menschen geraten und sich selbst ganz anders wahrnehmen als Teil eines Systems und dann in beratender Funktion oder auch in einer wirklich etwas dolleren Stimme sich zeigen können in der Demokratie. dazu hat es, glaube ich, in Irland Versuche gegeben, die sehr, sehr gelungen sind und die in der Regel hochsoziale Entscheidungsfähigkeit mit sich brachte. Noch mal kurz Judith und dann gehen wir noch mal weiter. Genau, nur ganz kurz. Das ist total wichtig, weil es gibt zwei Ebenen von Diskurs oder Entscheidungen politisch. Das ist einmal, habe ich die Möglichkeit, zwischen A und B zu entscheiden oder habe ich die Möglichkeit, was komplett Neues gemeinsam zu entwickeln. Und das ist das, wo dieses, wenn man randomisiert Leute, also zufällig Leute zusammenwürfelt und diskutieren lässt, miteinander die Möglichkeit erschafft, dass da wirklich unterschiedliche Stimmen und sich ein neuer Diskurs herausbildet und zwar auf dieser deliberativen Ebene. Nicht auf der Entscheidungsebene, sondern auf der Ebene, wo man Entscheidungen vorstrukturieren kann, die nachher vielleicht abgesegnet werden oder nicht. Aber da entstehen wirklich neue und ganz andere Sichtweisen von dem, was ich auch mitgekriegt habe. Und deswegen, ja, genau, ganz wichtig. MingoStar82 schreibt jetzt hier gerade noch, das bezieht sich noch mal auf dich, Judith, glaube ich. Dank der schier unendlichen Bauverordnungen ist Frau Wiemanns hervorragender Vorschlag leider kaum umsetzbar, weil immer irgendjemanden gibt, der juristische Schritte anwirft. Wir nehmen das mal so zur Kenntnis, ja, es ist und bleibt an vielen Stellen sicherlich noch kompliziert. Jetzt habt ihr so viele tolle Überleitungen selber geschaffen zu so vielen unterschiedlichen Themen. Ich möchte gerne noch zwei greifen können und ich glaube, wir müssen einmal kurz über das Wirtschaftssystem als solches sprechen, was hier in den Fragen viel vorkommt und was natürlich auch die Frage aufgreift, die gerade kurz aufkam, wie kriegen wir eigentlich wirklich alle Menschen mit im Boot. Und wenn wir uns jetzt mal das Wirtschaftssystem und das Kapitalistische anschauen, dann hat das natürlich unheimlich viel Potenzial, schwache Marktteilnehmende oder eben vor allem auch Menschen, die in diesem System durchs Raster fallen, weil sie eben nicht so gut aufgestellt sind, ja, zu übersehen und eben nicht mit einzubinden. Sind wir noch im richtigen, ich frage das jetzt wirklich, weil es hier als Frage vorkommt, sind wir noch im richtigen Wirtschaftssystem, kann der Kapitalismus was? Ist es möglich, mit einem kontinuierlichen Wachstum überhaupt so zu überleben, dass es erstens nachhaltig wird beziehungsweise uns rettet und wir nicht in zehn Jahren hier sehr ungemütliche Zustände haben und so weiter und so fort. Ich gebe das jetzt einfach mal als ganz großes Thema nochmal in die Runde mit der Bitte tatsächlich aber schon um Knackigkeit. Soll ich es mal versuchen? Sehr gerne. Ich will nur sagen, ich finde den Gedanke interessant, sich auch über andere Wirtschaftssysteme Gedanken zu machen, sagen wir es mal so. Aber ich glaube, dieses kapitalistische System, das wird häufig zu sehr auf diesen Wachstumsgedanken reduziert, weil ich glaube, der zentrale Gedanke ist gar nicht der Wachstumsgedanke, sondern der zentrale Gedanke ist der Marktgedanke. Das schließt dann das an, was Felix ganz zu Anfang gesagt hat, nicht Handel. Märkte sind Plätze, wo Handel stattfindet und wo Preise sich bilden. Und ich glaube, wir als Erdenbürger, wir wären ziemlich fahrlässig, wenn wir diese Preismechanismen, die wir ermöglicht haben durch die Märkte, die wir geschaffen haben, nicht nutzen würden, um dieses gigantische Problem zu lösen. Also ich glaube, wir haben auch gar nicht mehr die Zeit dazu, es anders zu versuchen. Wir müssen diese Mechanismen, die wir haben, nutzen und die sind auch besonders gut darin. Das ist ja eigentlich ziemlich Konsens in den Wirtschaftswissenschaften, dass ein effektiver CO2-Preis zum Beispiel eigentlich Kern jeder Klimapolitik sein müsste. Da hätten wir auch nicht das Problem, was Felix vorhin ansprach, mit den größeren Autos, bei den längeren Pendeldistanzen. Also sobald wir eine effektive Bepreisung haben, könnten wir in der Theorie eigentlich viele Probleme lösen. Natürlich gibt es da alle möglichen Verteilungseffekte, die unerwünscht sind, aber die hätten wir auch in anderen Verteilungsmechanismen. Und der Allokationsmechanismus, Preis, Markt, funktioniert einfach, glaube ich, besser als die meisten. Dennoch will ich trotzdem noch sagen, es gibt natürlich trotzdem noch eine politische Ebene und eine Entscheidungsfindung. Und gerade hier, glaube ich, könnten wir auch uns andere Modelle anschauen, weil wir wie zum Beispiel dieses Zufallsprinzip in der Entscheidungsfindung gerade von lokalen Problemen, also da könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich effektiv ist, aber ganz generell, das Wirtschaftssystem, glaube ich, würde ich nicht opfern, weil wir das, glaube ich, brauchen, um die Veränderung zu schaffen. Auch wenn es manche vielleicht nicht freuen wird, aber ich glaube, es ist so. Okay, vielen Dank erst mal. Ich gebe die gleiche Frage mal weiter an die anderen beiden. Felix, magst du mal? Ja, gerne. Also ich bin selber noch in der DDR geboren und die Leute dort waren mindestens genauso fleißig und genauso auf Arbeit gewesen und haben sich ins Zeug gelegt und trotzdem war der Wohlstand deutlich niedriger als im Westen und die Umweltzerstörung viel, viel größer. Ja, weil wir einfach darauf verzichtet haben und das wurde eben schon ganz richtig gesagt, den Preis wirken zu lassen. Das ist das Mächtige in der Marktwirtschaft, die erzeugt halt wirklich ein Maximum an Wohlstand. Die Frage ist nur, ist das dann am Ende gerecht verteilt? Und das sind zwei Dinge, die man trennen kann und sollte. Also wenn wir wirklich wollen, dass wir einen Wohlstand haben, den wir auch verteilen können am Ende, dann sollten wir schon auf die Marktwirtschaft setzen. Die Frage ist, ob wir die überhaupt gerade so haben, wie sie mal an die Wand gemalt wird. Jeder zweite Euro läuft einmal pro Jahr durch die Hände des Staates. Wir haben eine riesengrohe Regulierungsdichte. Also das, was wir Marktwirtschaft nennen, ist eh schon ein sehr, sehr reguliertes System. Unternehmen, was auch sehr fein ausbalanciert ist zwischen verschiedenen Interessengruppen. Wo wir, glaube ich, noch nicht so gut sind, ist Interessengruppen mit einzubeziehen, die nicht über den Markt vertreten sind. Also sowas wie sozialer Zusammenhalt, sowas wie Umweltschäden, solche Dinge einzupreisen und Teil des Handels, des Kalküls zu machen, das ist eben der wichtige nächste Schritt. Da sind wir mit CO2-Steuer und so weiter auf dem Weg, das besser abzubilden. Aber ich kann nur sehr davor warnen, dieses System, was wirklich Wohlstand, was die Menschheit überhaupt erstmal in die Lagen versetzt hat, was zu kreieren, was verteilt werden kann, über Bord zu kippen. Kann ja jeder gern mal den Städtesimulator spielen und mal ausprobieren, wie lange es funktioniert, Planwirtschaft zu betreiben. Und das klingt mich nicht so richtig lange gut und da kollabiert das nicht. Vielen, vielen Dank. Sehr gut. Judith, möchtest du da noch was zu ergänzen? Ja, bitte. Ja, ich möchte dazu noch was ergänzen. Und zwar, ich glaube, dass Märkte sehr, sehr sinnvoll sind in vielerlei Hinsicht. Ganz viel können, aber auch nicht alles. Und zwar bei weitem sehr viel weniger, als ihnen zugetraut wird, aus meiner Sicht. Und zwar insbesondere sind sie nicht gut da drin und haben das bisher nicht deutlich unter Beweis gestellt, dass sie die Interessen der Natur schützen können, in dem Sinne von Vögel sind keine Marktteilnehmer und deswegen werden sie auch nicht mit ihrem Interesse abgebildet an der Stelle. Und Bäume noch weniger an der Stelle. Und dementsprechend brauchen wir an der Stelle eine deutliche Änderung des Systems. Und wo Märkte funktionieren, aus meiner Sicht, sollten sie verwendet werden und wo sie das nicht tun, wo Marktversagen ist, das ist nämlich ein komplettes Marktversagen, das Klimaproblem, wenn man es stilisieren will, da sollte man einsetzen und versuchen, neue Systeme zu schaffen. Und ich bin mir nicht sicher, dass eine Planwirtschaft die einzige Alternative ist. Ich glaube, es gibt noch ganz viele andere Sachen, wie man das regeln kann. Zum Beispiel, dass man Märkte vernünftig schafft, die das dann regulieren oder so. Aber genau, bisher hat das nicht gut funktioniert. Und deswegen glaube ich schon, dass wir radikale Veränderungen brauchen und dass wir auch nicht weiter wachsen können in dem Sinne, wie wir es getan haben. Denn irgendwie ist dieser Planet endlich. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das mit dem ganz schnellen Reinwürfen, das gelingt immer nicht so richtig. Darum haben wir jetzt eure beiden Beiträge, die so reingegrätscht sind, nicht ganz gehört. Vielleicht könnt ihr sie noch mal wiederholen. Wir fangen dann mit Johannes an und dann Felix, auch wenn das dann nicht mehr so richtig reinpasst. Aber haut es nochmal raus. Ich will nur noch mal betonen, dass ich Judith unbedingt zustimmen würde. Das heißt ja auch immer, das Biggest Market Failure. Da gab es ja dieses berühmte Konsortium, das sich so geprägt haben. Aber es geht mir um den Mechanismus. Ich glaube, man kann das schon theoretisch anwenden. Wir brauchen eine andere Art und Weise, wie wir, wie du sagst, Naturressourcen, Vögel, Bäume und so weiter, diesen Mechanismus mit einbeziehen. Vielleicht gibt es auch andere Wege, sozusagen als den Marktmechanismus in dem Fall. Aber das Problem ist nicht der Marktmechanismus an sich, sondern das Problem ist das Marktversagen. Das meine ich nur in dem Fall. Gäbe es die richtige Bepreisung, wäre das Problem in der Form nicht da. Also wenn wir, das hatte ich vorhin schon irgendwann mal gesagt, wenn wir in der Lage wären, Commonsbüter richtig zu bepreisen, und wir sind einfach nicht in der Lage, wir können das nicht. Es funktioniert nicht, weil unser Konsumsystem oder produktbasiertes System eben darauf ausgelegt ist, Lachs zu fischen oder krabben und nicht darauf, sich um den Meeresboden zu kümmern. So, plump gesagt. Aber es gäbe sicherlich Möglichkeiten, Mechanismen zu schaffen, die das ermöglichen. Ohne den ganzen anderen ja, den anderen Rest abzuschaffen. Vielen Dank. Am Ende muss man sich entscheiden, möchte ich den Wirtschaft zentral planen oder möchte ich, dass es dezentral passiert. Und wir wissen halt, diese dezentrale Organisation durch Märkte ist eben sehr, sehr mächtig. Man braucht eben nicht jemanden, der genau weiß, okay, in Zwickau braucht es morgen 50 Trabis. Das muss sich niemand ausdenken, sondern das regelt der Markt von alleine. Man muss halt in einer zentral organisierten Wirtschaft immer bedenken, dann muss aber jemand sich auch wirklich dort für die Interessen der Umwelt einsetzen. Und bei allen Wirtschaftssystemen, die eher auf zentrale Koordination gesetzt haben, war Umweltschutz nicht gerade eine der Prioritäten in den Politbüros gewesen. Insofern bin ich immer ein bisschen skeptisch, ob das nicht, wenn es um Ernährung geht, wenn es um wirklichen Wohlstand geht, nicht irgendwo auch bei einer zentral geplanten Wirtschaft unter die Räder kommt. Ja, vielen, vielen Dank. Darf ich dazu nur eine kurze Sache noch anfügen? Ich würde ja auch dazu stimmen, ich glaube auch, wir haben ja auch schon gesagt, zentrale Planung ist ja nicht die einzige Alternative. Aber ich glaube, wir müssen schon sehen, klar, Umweltschutz war früher auch ein Thema, aber wir stehen ja vor einer ganz anderen Situation. Die Zentralheit des Problems, die Größe des Problems, im Verhältnis zu allen anderen Problemen, ist ja so gigantisch und so allumfassend und so global, das kann man nicht mehr mit früheren Situationen vergleichen. Vielleicht noch mit so etwas wie die FCKW damals. Und da wurde ja auch eine ähnliche Lösung, da gab es ja eine ordnungspolitische Lösung, das ist ja auch möglich. Aber ja, ich glaube, es ist schwierig, dieses Problem mit Vergangenen sozusagen zu vergleichen. und deswegen, glaube ich, müssen wir ein Stück weiter auch Neuland betreten. Weil es das erste wirklich globale Problem ist, was wirklich alle betrifft. Also klar gibt es Probleme wie Hunger, natürlich, das sind globale Probleme, aber die betreffen nicht alle. Und klar, der Klimawandel betrefft auch alle. Genau, die Klimakrise. Bisschen unterschiedlich, aber er betrifft dennoch schon alle. Er betrifft alle und trotzdem sind alle so sehr davon betroffen, dass sie die Dringlichkeit spüren. Ich glaube, das ist einfach auch ein Problem noch an der Krise selbst. Judith noch bevor. Ja, also mein Klitorier ist nicht für Planwirtschaft, sondern für, was nicht funktioniert, damit einfach mal aufhören. Und das klingt sehr einfach, aber wenn es einen Marktversagen gibt, dann kann der Markt das zumindest so, wie er aufgestellt ist, gerade nicht regeln. Dann muss man eine neue Lösung ausprobieren und schauen, ob die funktioniert. Und das ziemlich schnell. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man Märkte neu strukturieren kann, dass sie besser funktionieren oder vielleicht mal was anderes ausprobieren. Das muss nicht gleich in die krasse, zentrale Strukturierung gehen an der Stelle, sondern vielleicht Verbotsgesetze. Wir haben ja noch so viele andere Sachen, die man machen könnte, an der Stelle die Möglichkeiten schaffen. Deswegen ausprobieren, was funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann das nächste ausprobieren. Ich glaube, das wäre so. Und dieses Experimentieren wäre für mich eines der ganz wichtigen Elemente. Und das kann man auch in der Stadt sehr, sehr schön machen, aus meiner Sicht. Eine schöne Überleitung auf jeden Fall. Wir haben, glaube ich, wahrgenommen, es ist wahnsinnig komplex und die Krise, die uns jetzt alle betrifft, nämlich die Dringlichkeit, nachhaltig werden zu müssen, ist unfassbar groß. Und an vielen Stellen passiert wirklich viel Gutes. Halten wir das jetzt mal ganz optimistisch fest. Also es ist noch möglich. Ja, es wird dringlicher. Mancher Protest wird dringlicher. Und ich glaube, wir müssen noch ein bisschen ziemlich direkt, ja, sozusagen, wir brauchen noch einen Schlag ins Gesicht, damit es hier wirklich losgeht. Aber ich glaube, es gibt so viele, zum Beispiel, du hast jetzt gerade Gesetzeslagen angesprochen. Klar, wenn wir auch nur ansatzweise alle Gesetze umsetzen, die theoretisch schon möglich sind und uns auch auf dem Weg der Nachhaltigkeit helfen, dann wäre auch schon viel gewonnen. Aber es gibt natürlich auch schon eine Menge Startups, zum Beispiel, die tolle Konzepte mit sich bringen. Es gibt so viele Lösungen, die irgendwie schon da sind und es fehlt am politischen Willen. Das halten wir auch noch mal fest. Jetzt habe ich drei abschließende Fragen gerne an euch, denn die Zeit rast heute und es freut mich sehr. Ich möchte an dieser Stelle schon mal Danke sagen für das Gespräch. Danke auch für euch im Chat. Bleibt doch noch eine Weile. Noch habt ihr die Chance, Fragen zu stellen, aber gleich machen wir hier den Wrap-up für heute. Und dann geht es am 14. Dezember weiter an WH Papenburg. Also wir sehen uns in diesem Jahr noch einmal zu einem weiteren Talk. Alle Informationen dazu, wie es hier weitergeht, findet ihr auch unter der Internetseite www.hausderwissenschaft.org. Da ist alles, was zum Thema Wissenschaftsjahr passiert, auf jeden Fall super beschrieben. Ihr könnt wieder einen Fragebogen ausfüllen und uns Feedback geben. Der Link ist bereits von Robin eingeblendet worden. Das wäre auf jeden Fall wichtig, dass ihr das macht. Und bevor ich jetzt noch mal kurz zu euch ExpertInnen gehe, möchte ich einmal wieder mal großartig Danke sagen an Robin und an Jakob. Ihr kennt sie aus dem Chat und ohne sie wären wir hier verloren. Es würde überhaupt nichts laufen und es würde nicht mal das Projekt geben. Also von daher einmal von ganzem Herzen danke, dass ihr das hier macht und regelt und uns diese Möglichkeiten schafft, miteinander zu denken und zu diskutieren, ins Gespräch zu kommen und verbunden zu bleiben. Das ist wirklich toll. Danke euch und danke Lilli, die immer noch fleißig, fleißig spielt. Wir kommen gleich noch mal abschließend eine kleine Runde zu dir, bevor wir auch das Spiel heute schon abschließen werden und du nicht weiterspielst. Du erklärst gleich noch mal kurz, warum. Jetzt komme ich aber noch einmal abschließend zu euch. Vielleicht, Johannes, magst du einmal anfangen oder ihr alle? Gibt es irgendeine Innovation, irgendein Start-up, was in ihrer Forschung dich in der letzten Zeit so nachhaltig beeindruckt hat, dass es zumindest bei all dem, was wir heute angesprochen haben, ein Teil ist, der uns auf einen guten Weg bringt? Gibt es irgendetwas, was dich da fasziniert hat, um so einen positiven Ausblick zu schaffen? Es gibt ganz, es gibt ganz viele Lösungen. Du musst dich entscheiden. Ja, ich muss mich, also, ich glaube, ich gebe erst mal weiter, weil ich muss erst, da muss ich noch mal weiter drüber nachdenken. Kurz denken. Hat schon jemand irgendwas im Kopf? Es muss kein Start-up sein. Es kann auch irgendetwas anderes, Zuversichtbringendes sein. Ich habe was. Es ist kein Start-up, aber gut, das ist halb gut, halb schlecht. Ich habe neulich irgendwas gehört von einem neuen Verfassungsvorschlag für Chile. Und in dem waren nämlich genau solche Naturrechte mit inbegriffen. Also, das war die erste Verfassung, oder zumindest der erste Verfassungsvorschlag gewesen, der explizit sowas mit einbezogen hat. Und auch das wäre ja ein Weg sozusagen, eine rechtliche Grundlage zu finden, um die Probleme auf eine andere Weise anzugehen, vor denen wir stehen und auch eine andere Sichtweise sozusagen auf die, auf Wohlstand zu kriegen. Leider wird das nicht angenommen vom chilenischen Parlament. Ich weiß nicht, wie es weitergegangen ist, das hat sich nicht verfolgt. Aber ich fand das total spannend. Ja. Das hat eingefallen, auf der politischen Ebene. Okay, vielen Dank. Ja, Verfassungsvorschlägerungen, klar, da würden mir auch ein paar Sachen einfallen. Ihr Judit wahrscheinlich auch. Vielleicht, ja, hast du noch irgendwas? Ich, bevor ich jetzt wieder frage, warum die Politik in Deutschland so behäbig ist, dann sind wir nämlich wieder in der nächsten Spirale und dem großen Fragezeichen. Es braucht schon noch ein bisschen was am politischen Willen, aber wir beenden das jetzt hier mal ganz positiv. Ja, also vielleicht ist das so ein bisschen was, was sich durch das, was ich erzählt habe, zieht, aber ich erlebe auch auf der Europäischen Unionsebene sogar so ein Shift vom Mindset, was echt groß ist, was was bewegen kann. Und das ist auf jeden Fall positiv und vor allem finde ich dieser aufkommende Pragmatismus, wir müssen jetzt die Lösungen, die funktionieren, nehmen und ausprobieren, was geht. Und viele Lösungen, gleichzeitig ausprobieren und irgendwie so in diese Richtung strukturieren, das ist so das, was mich gerade fasziniert. Und da sehe ich, dass die Startups unglaublich brodeln, definitiv, ich könnte jetzt nicht eins sagen, aber so in der Masse, was für tolle, kreative, neue Ideen es gibt, die irgendwie was pushen. Und gleichzeitig sehe ich eben auch, dass sich sozusagen auf dieser Landscape, auf den ganzen großen Ebenen, was ändert. Und wir als Menschen haben eigentlich schon immer wieder gezeigt, dass wir uns auch sehr, sehr schnell ändern können. Und ich hoffe, ich hoffe auf diese Änderungsfähigkeit. Und ich glaube, dass das nur negativ, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es ganz klar ist, was die Konsequenzen vom Nichthandeln oder vom falschen Handeln sind, aber dass wir gleichzeitig irgendwie auch darauf vertrauen, dass wir als Menschen irgendwie Verstand besitzen und uns ändern können, wenn wir das möchten. Und das haben wir ja auch immer wieder gezeigt in ganz radikalen Änderungen, die es gab in der Vergangenheit. Und deswegen, genau, ja, glaube ich schon, dass das klappen kann, wenn wir es anpacken und richtig anpacken. Sehr schön. Dann wünsche ich uns noch eine Portion Schnelligkeit im Handeln. Sehr gut. Wir kommen weiter. Felix, du hast das letzte Wort, sozusagen. Wow, okay. Ja, also mich faszinieren so Medizinstructs, sehr viele, früher mussten wir zum Beispiel den Kopf reinbohren, um gewisse Untersuchungen zu machen. Das läuft heute zum Teil über die Linse und Machine Learning, Algorithmen erkennen dann, ob da irgendwie eine Krankheit dahinter steckt oder nicht. Tolle, tolle Sachen, wirklich beeindruckend. Also, es lohnt sich immer mal so einen Blick da rein zu werfen. Aber eine der tollsten Dinge, finde ich, zumindest, so die eierlegende Wollmilchsau, der Vergangenheit oder jüngere Vergangenheit ist für mich eBay Kleinanzeigen. Also, weil das die Vorteile der Stadt einfach irgendwie zusammenbringt, ja. Man kann Dinge verkaufen, die andere brauchen und man selber nicht braucht, ja. Wir gehen eher Richtung Kreislaufwirtschaft, schmeißen nicht so schnell Dinge weg. Man kommt nett in Kontakt, ja, man trifft Leute, die man sonst nie irgendwie getroffen hätte, kommt vielleicht an Ecken der Stadt, die man nie aufgesucht hätte, ohne sowas. ich weiß nicht, ich finde das einfach, es gibt ja auch tausend andere Formen davon, aber so die Idee von eBay Kleinanzeigen so einen Markt zu schaffen für gebrauchte Dinge, das ist irgendwie so mein Verständnis, wie man mit marktwirtschaftlichen Prinzipien in kleinen Schrittchen Richtung mehr Nachhaltigkeit gehen kann. Und das funktioniert auch auf dem Land. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr schön. Ich danke euch wirklich, wirklich sehr. Judith Wiemann war heute zu Gast und es waren zu Gast Felix Rösel und Johannes Bersch. Schön, dass ihr da wart und euch alles, alles Gute. Bitte forscht weiter, plant weiter, entwickelt weiter, bleibt im Gespräch, auch mit uns. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, uns mit in eure Gedanken zu nehmen. Und jetzt werfen wir nochmal einen letzten Blick in das Spiel. Lilly, wie geht es unserer Stadt? Was macht das Öl? Ja, das Öl scheint nicht so ganz so gut zu laufen wie die Landwirtschaft. Also, das ist vielleicht Das freut die ExpertInnen. Genau, ich glaube auch. Läuft aber deutlich besser als das Erzgebiet. Also, es ist spannend, was das Spiel so ausgeben kann. Ich musste tatsächlich auch an einer Stelle, habe ich tatsächlich vergessen zu spielen, weil ich die Diskussion so spannend fand, was das Thema Marktwirtschaft angeht. Denn Felix hatte das ganz kurz angerissen. Wenn man nämlich in der Stadt versucht, tatsächlich so eine Planwirtschaft zu machen, wird die ganze Stadt verarmt. Wenn man aber den reinen Kapitalismus, also wirklich reine Form von Kapitalismus, geht die Stadt genauso zugrunde. Also, es ist sehr spannend, dass vielleicht greifen wir das ja nochmal, wenn wir das mal können, in dem Stream auf, wo wir diese beiden absoluten Sachen mal gegenüberstellen und gucken, was man eigentlich, wie man in so einer Mischform viel besser vorankommt. Ich glaube, das wäre spannend, das anhand vom Spiel, weil das Spiel natürlich auch sehr übertreibt. Also, man ist entweder sehr reich, sehr arm und bricht komplett zusammen. Ich glaube, das ist nochmal so etwas, was das Spiel sehr lustig darstellen kann, was natürlich auch fern von der Realität ist. Ansonsten haben wir sehr viele Probleme mit dem Verkehr. Ich bin auch, ehrlich gesagt, etwas überfordert, wie man Verkehr in diesem Spiel abbauen kann. Ich habe es versucht, aber so eine richtige Lösung habe ich nicht gefunden. Vielleicht, man kann ja mittlerweile, und das ist das Schöne an dem Spiel, das entwickelt sich ja auch weiter, die Stadtteile ohne Autoverkehr bauen. Vielleicht würden die das nochmal lösen, weil man sieht, wenn man sich das anguckt, es ist sehr viel rot. Und ich bin etwas überfragt, wie man das besser lösen kann. Vielleicht noch ein bisschen mehr ÖPNV einsetzt. Aber ich weiß nicht, ob das den Verkehr von der Autobahn nimmt, denn die ist irgendwie so unser größtes Problem. Aber das ist doch super. An der Stelle ist es doch tatsächlich absolut realistisch. Genau. Also manchmal muss man sagen, das Spiel, natürlich muss man immer wissen, dass das Spiel eine beschränkte Sichtweise ist. Ich glaube, man kann daran so ein bisschen was sehen, was auch sich sehr gut in die Realität übertragen lässt. Herrlich. Wir danken dir auf jeden Fall, dass du uns hier immer mitnimmst ins Spielen. Normalerweise spielst du weiter. Das machen wir heute Abend nicht, aber das machen wir am 14. wieder. Und bis dahin bist du ja auch noch ein paar Mal spielend, ohne Diskussionsrunde live. Sehe ich das richtig? Ja, wir werden auf jeden Fall nochmal, wir werden das im Team nochmal absprechen. Wir werden nicht mehr jeden Mittwochstream, aber vielleicht nochmal so ein paar lustige Ideen aufgreifen, die wir jetzt so mit den ExpertInnen besprochen haben, was wir vielleicht nochmal machen können, was so ein bisschen eher nicht so richtig Experten-mäßig betrachtet wird, sondern eher in die Unterhaltung geht und mal gucken, wie wir unsere Stadt vielleicht völlig zugrunde richten. Okay, wo erfahren wir denn oder wo erfahren die Zuschauer es denn, wann und wo ihr das wieder macht? Immer am besten auf unserer Website oder auf unseren Social Media, also meistens auf Instagram erfährt man das sehr, sehr gut. Da gerne reinfolgen, findet die Links immer alle unterm Stream. Wunderbar. Haus der Wissenschaft ist also die Lösung und darum sage ich danke in Sinalyschen. Es war mir wieder eine Bonne dabei zu sein. Euch allen jetzt einen schönen Abend, sowohl den ExpertInnen, dir, Lilly, natürlich allen Beteiligten, Robin und Jakob im Hintergrund und vor allem euch da draußen. Vielen, vielen Dank fürs Wieder-Dabeisein. Wir sehen uns wieder und bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und neugierig. Tschüss.